Die heutige Folge wird präsentiert von HelloFresh. HelloFresh bin ich schon seit Längerem sehr, sehr gerne gekannt. Wir haben sie vor zweieinhalb Jahren oder so zum ersten Mal als Partner gehabt. Dort habe ich sie entdeckt und seitdem immer wieder mit grosser Freude. Vor allem, wenn ich weiss, ich würde gerne kochen, aber ich werde ein bisschen wenig Zeit haben, um mir überlegen, was kochen und vor allem auch einkaufen. Weil gerade wenn man irgendwie frisch will kochen, ich wohne allein, ich habe einen kleinen Kühlschrank, ich kann mir jetzt nicht irgendwie eine Woche im Voraus frische Produkte dort rein tun und dann erwarten, wenn ich endlich mal einen Oben frei habe, diese dann zu kochen. Und bei mir ist der Oben frei meistens am Sonntag, dann wird es nochmal schwieriger mit einkaufen. HelloFresh erledigt das für einen. Man kann jede Woche von über 30 neuen Rezepten aussuchen. Kann man Vorlieben angeben, zum Beispiel Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse. Gebt aber auch Veggie, vegan, familienfreundlich, unter 650 Kalorien oder möglichst schnell, alles Mögliche, kann man sich persönlich zusammenstellen auf Anzahl Personen, wie viele Mahlzeiten pro Woche und danach wird einem das alles einfach nach Hause geliefert. Nämlich mit Rezept und mit allen Zutaten, die man braucht. Und zwar genau so viel, wie man auch braucht. Weil das ist etwas, wo ich sonst auch immer wieder mal Probleme habe. Dann will ich mal etwas Spezielles kochen, muss für das irgendetwas Spezielles kaufen und von diesem habe ich dann zu viel und danach bleibt das liegen und wenn es etwas frisch ist, dann muss man es wegschmeissen. Das heisst, es ist auch noch sehr, sehr hilfreich gegen Food Waste. Also, wenn ihr stressfrei und fein wollt kochen, dann probiert HelloFresh aus und dank dieser Partnerschaft mit HelloFresh könnt ihr von bis zu 40% Rabatt auf die ersten Kochboxen profitieren. Und zwar mit dem Code FEELGUT. Alles am Stück. Wir machen natürlich auch noch Links in die Shownotes, wo ihr direkt draufklicken könnt. Das ist für alle Menschen in der Schweiz und Liechtenstein. Es gibt auch für Österreich und Deutschland Rabatt. Mehr Infos und Links zum Einlösen der Codes findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ganz wichtig, der Code FEELGUT ist für neue und auch ehemalige Kunden gültig. Also jetzt profitieren wir von bis zu 40% Rabatt bei HelloFresh. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Gut, also ich klebe mir vielmals an. Ich bin sehr, sehr happy, dass du da bist. Ja. Es ist nämlich lange her, erstens. Als ich das letzte Mal da war. Ja. Noch einmal im ganz alten Studio. Du hast mich ja nicht mehr eingeladen. Das ist vielleicht doch der Punkt. Ich komme ja nicht einfach. Ist das jetzt ein Vorwurf? Das ist ein kleines Vorwurf. Wirklich? Nein, aber du sagst, du hast schon lange nicht mehr da gewesen. Ja, mit Freude. Du kommst jetzt wieder. Das ist doch toll. Ja, logisch. Vor allem habe ich gedacht, ich warte, bis ich dich wieder einlade, bis ich das neue Konzept habe. Weil ich dachte habe, es gibt keinen spannenderen Menschen, um das Konzept durchzuspielen, wie mit dir. Ui. Was heisst? Wieso? Weil du bist ja auch gerne ab und zu etwas witzig. Nein, nicht witzig. Gespielt. Gespielt witzig? Ja. Ja. Eben. Tisten. Du gehst tisten. Genau. Ja, Trial and Error. Du gehst nicht, und dann kannst du testen, ob es verhebt. So willst du. Und dann bin ich sehr gespannt, was bei dir denn Befehlgut rauskommt, oder? Ja. Ja. Ja, das ist wirklich gut. Stimmt. Im Befindnisspektrum bin ich eher auf der anderen Seite anzutreffen. So im, ich sage jetzt, im Charakter. Genau. Und das sind die Folgen, wo mir am meisten Spass machen. Weil zum Beispiel der Reto Joost ist ja so eine Sonnenscheine, oder? Ich meine, das ist ja geil, aber es ist dann halt einfach so weiss auf weiss, oder? Es ist zweimal das Gleiche. Genau. Und ich habe befreut, wenn man bei jemandem, der auf der anderen Seite vom Spektrum ist, wenn man dort dann rausfindet, was sind eigentlich viel Gutes bei jemandem wie bei Aaron. Vielleicht stellst du auch nachher den Podcast ein, weil du findest, okay, gut. Es verhebt nicht. Sie können mir jetzt da wirklich madig schnauern. Mal schauen. Mal schauen. Ich bin erstaunt, dass du den überhaupt noch machst, aber das ist ein anderes Thema. Wagen? Nein, das habe ich. Niemand hat ihn gehört, oder was? Nein, aber du bist wirklich hartnäckig. Das ist geil. Jetzt haben wir dann fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja. Krass. Wie viele Folgen? Du bist 173, 174, irgend sowas. Gut, dann musst du noch durch drei rechnen, weil etwa dreimal ist es der Büssi gewesen. Etwa fünfmal Charlie, siebenmal Jink. Solo-Folgen und so erzählen nicht. Der Charlie ist, glaube ich, der Rekordhalter immer noch. Ja, aber er ist auch dein Buddy, oder? Ja, ich meine, wir sind ja in Kinski zusammen. Quasi. In der Comedy-Szene auf jeden Fall. Wir haben zusammen den Kinski gemacht in der Comedy-Szene. Ja. Wir sind der gleiche Jahrgang in der ganzen Comedy-Schule. Sprich, er macht es ein bisschen länger, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja, man merkt es. Ja, also das halbe Jahr. Es ist das halbe Jahr, das ihn so viel besser macht als mich. Du siehst, ich bin liebevoll, ich bin nicht immer schlechter. Es ist leider nicht das halbe Jahr. Aber füllen wir doch mal an mit Feel Good 1 vom Aaron Herz. Ja. Aha, jetzt muss ich etwas sagen von diesen, du hast mir ja einen Auftrag gegeben. Ja. Das ist jetzt ein neues Konzept, er gibt ja einen Auftrag jetzt. Ich musste aufzumachen. Ich musste wirklich, wir mussten zuerst noch Notizen machen. Hast du auch wirklich gemacht? Ja, mir haben wirklich Notizen gemacht. Weil auch dort sieht man die Unterschiede, je nach Gast. Es gibt ja so, im Moment, der findet... Nein, 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 also entweder hätte ich es vergessen. Ja. So, aber ich würde es nicht bewusst nicht machen. Ja. Da habe ich zu viel Pflichtbewusstsein und ich hasse, irgendwo herzugehen und nicht wissen, was passiert. Und ich würde vorbereitet sein und ich würde so ein bisschen... Ich meine, bist du, okay, wäre es nicht so schlimm gewesen, wenn ich etwas vergessen hätte. Aber das meine ich nicht böse, das meine ich im Ernst. Wir hätten dich auch überbrücken können und du hättest mir sonst die richtigen Fragen stellen können. Aber ich gehe gerne noch einmal hin und bin vorbereitet und mache die Aufzüge, wo wir aufgetragen werden. Du bist auch wirklich... Sehr pflichtbewusst. Absolut. Da bin ich auch zu neurotisch. Ich würde nie einen Flieger verpassen. Da haben wir schon was davon gehabt. Ja, und du bist also eine Arbeitsmaschine. Ja, ja. Ja, wo auch gut stillstehen kann, habe ich jetzt im Sommer gemerkt. Ich kann tiptop auch gar nicht laufen. Das ist ja mega wichtig. Ja. Dann funktioniert es andere einfach besser. Ja, es ist ein bisschen... Es hat... Der Pedal hat zwei Geschwindigkeiten. Die eine ist null und die andere ist voll. Perfekt. Und so zwischen denen ist es nicht so gut. Und da so manchmal auspegeln, ist es manchmal schwierig. Dann geht es entweder ins Null oder es geht... Verstand ich gut. Verstand ich gut, ja. Manchmal muss man aufpassen, ist mir auch schon passiert, dass ein Pedal dann fast durchdrampt. Ja. Also weisst du, dass du dann schon zu fest durchdrucksst. Du drückst durch und vor allem hast du noch nicht geschalten. Richtig. Und dann ist es einfach laut. Genau. Und der Motor wird einfach heiss. Acht tausend umdreigen. Du kommst aber gar nicht einmal so fest vorwärts. Hat dann nicht so viel gebracht. Dort muss ich manchmal noch auspegeln. Und dann muss man aufpassen, dass nicht irgendwann der Motor explodiert und ausbrennt. Das ist korrekt. Knickknack. Das ist korrekt. Gut. Also mein Gefühl gut eins ist das Zuhause, die Familie. Schön. Also das sind so verschiedene Kreise, die sich hier bilden. Der innerste Kreis sind so die Frau, die hat eignen Kinder. Ja. Zuhause. Jetzt gestorben hat es gewittert. Die Kinder hätten in die Schule am nächsten oder die Mündig in die Schule. Heute. Sie haben in die Schule. Und dann hat es wahnsinnig gewittert, aber in der Ferne. Und dann sind wir raus auf die Terrasse, sind auf die Lounge gehockt. Die ganze Familie, und es ist schon irgendwie nach der Zähne gewesen. Die hätten schon lange im Nest sein müssen. Ja. Und wir haben einfach die Gewitter geschaut. Es hat nicht geregnet, nichts. Es sind einfach unglaublich schöne Blitze gehabt. Wir sind einfach alle miteinander dort gehockt. Es war warme Luft gewesen. Es war nachts gewesen. Herrlich. Und das war so ein Glücksmoment, wo ich dachte, ja genau. Das ist jetzt genau so ein Feelgood-Moment. Du kannst nachher ins Bett gehen und bist so zufrieden. Du hast so einen Familienmoment gehabt, wo findest du das jetzt geil? Und es ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass man das bewusst wahrnimmt in diesem Moment. Ja. Ja lustigerweise wirklich an dich denken müssen, weil ich gewusst habe, ich gehe am nächsten Tag zum Joel und wir reden über Feelgood-Situationen. Und das war so eine. Ja. Aber es sind Feelgood-Situationen, finde ich, sind so Momentaufnahmen. Mhm. Man kann sich nicht permanent gut fühlen. Definitiv nicht. Ja, das finde ich sehr seltsam. Ja. Aber wenn man so einen Grundrausch an Zufriedenheit herbringt, ist es gut. Und dann gibt es so etwa die Peaks mit so Familienmomenten, wo du findest so, ach, dann sind so Glücksmomente. Mit den Kindern, mit der Familie sind im engsten Kreis. Das ist geil. Das ist geil. Oder die Kinder haben jetzt die Schule wieder angefangen und dann kommen sie zu Hause und erzählen. Und dann hörst du ab, wie es gewesen ist und sie sind zufrieden und haben es cool in der Schule. Und dann findest du, ach. Ja. Ah, geil. Das kann ich extrem nachvollziehen, weil ich hatte gerade ein sehr familienbeladenes Wochenende mit zwei Geburtstagsfester und ans Einten wollten die Kids von Janik unbedingt, wie es ein Pool dort hatte, also quasi so eine Nachmittags-Pool-Party. Und Janik hat aber gearbeitet und dann mussten wir schauen, dass halt die Kinder dort hinzukommen, oder? Dann haben sie gesagt, ich hol sie mit dem Auto und dann fahren wir dort raus zu dem Haus, wo der Pool ist. Und im Auto ist dann so die Abmachung gesehen, irgendwie, alle können sich ein Lied wünschen, wo jetzt läuft, oder? Und die Kids haben Lieder gewünschen, die wie beide toll gefunden haben. Weißt du, sonst ist es ein bisschen, ich will jetzt das losen und ich will jetzt das losen. Und dort haben sie wie so, obwohl jemand gewünschen hat, haben sie wie gemeinsame Lieder gewünschen. Und das Einten haben sie dann zu tot gesungen. Und das ist wirklich so, ich meine, das sind ja nicht meine Kinder, aber es ist dann gleich so ein Dad-Moment, dass du einfach so im Auto sitzt und hinten mal so einfach so in einer Lautstärke. Und ich habe es mega genossen. Es ist so geil gewesen. Und auf der Rückfahrt, das ist Janik dann nach dem Schaffen dabei gewesen, auf der Rückfahrt das Gleiche nochmal, dann einfach so viert. Und Janik fand, sie will mal den Kindern Enya zeigen. Einfach mal schauen, was passiert. So, und dann hast du so gesehen. Ja, es passiert etwas, aber ich weiss noch nicht genau, was. Vielleicht nicht der richtige Song für dich jetzt, aber who knows? Ja, genau, da haben wir jetzt eine Geburtstagsparty bei uns, der Heike, von der Tochter. Und dann sind unsere Kolleginnen, die kleinen Mädels, und dann haben sie irgendeine deutsche Rapperin gelassen, wie heisst sie schon wieder? Ailina, wie heisst die? Nein, aber eigentlich klingt, also es sind recht die Badass-Tags drin, eine fette Karre und so, und wir so am Lassen, also ja, ist ein Hurensohn und so, und wir so am Lassen, okay, ja gut, sie lassen da jetzt halt, da, und dann gleichzeitig wieder Papi, Papi, schau, das ist pure Unterhaltung, das ist pure Unterhaltung, wenn die Kinder meinten, wir meinen sie, ja, ein Hurensohn mit einer fetten Karre, Papi, Papi, schau, das haben wir jetzt kam mit, Achtung, Wu-Tang-Clan, wo es geheißen hat, oh, aber die und die Version, weil bei den anderen fluchen sie so viel am Anfang, du bist so, also weisst du, entweder los ist Wu-Tang-Clan, oder nicht, weisst du, kannst du nicht die Radio-Version, wo sie nur so, sieben, fü, and when you go, pa, das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste, der Skatman-Job, das geht nicht, sondern wenn, dann musst du halt schon der real schädlose sozusagen. Ja, das ist so der eine Kreis, eben so die Innerfamilie mit dem, mit den, mit den Glücksmomenten, wo du drin hast, und der zweite Familienkreis ist so der Ausserkreis, das sind irgendwie die Dickschwisterten, das sind die Älteren, wo, eben, wenn die Älteren anschaust, merkt, sie werden langsam ein bisschen älter, das geht nicht mehr so schnell, irgendwie mit der Mutter musste ich ein neues Telefon kaufen, natürlich musste ich sie ihr einrichten, etc., pp. Und du merkst, oder wirst immer dann so ein wenig daran erinnern, oh ja, die Zeit ist endlich, die Älteren sind nicht für immer da, und da finde ich, da finde ich einen wahnsinnig traurigen Moment, da machst du so, der Gedanke macht mich wahnsinnig traurig, dass es, dass wir endlich sind. Yeah. Vor allem mit Leuten, die ich gerne habe, also das ist ja so wirklich so, für die Menschheit dann auch für sich okay, aber deine nächsten Leute, die sind nicht für immer da, und ich finde das wahnsinnig schlimm, und ich fürchte mich wie Teufelsweihwasser vor einem Moment, wo die Älteren werden, gar. Yeah. Horror. Absoluter Horror. Und gleichzeitig merke ich, die Zeit, die du noch hast mit ihnen, geniessen. Mega. Geniessen. Einfach einsaugen. Ja, manchmal regt man sich auf, dann versteht es einem nicht mehr am Telefon und weiss den Teufel und weiss dies und das, aber einsaugen noch, einfach noch dieses Gefühl noch aufnehmen, weil, ich weiss nie, wenn es das letzte Mal ist, wo du das Telefon abgenommen hast, wenn es das letzte Mal ist, wo du mit ihnen geredet hast, wenn du so im eigenen, im eigenen Strudel drin bist und das Leben einfach vorwärts geht, was klar ist, oder, du bist am Arbeiten, hast dein Ding und bist am Machen, hast selber Familie und dann rauscht es einfach und dann muss so, oder ich muss mich manchmal an der Nase nehmen, dass ich, ah fuck, ja, wieder mal den Vater anrufe, vielleicht wieder mal Gott treffen, wieder mal so, wieder mal bewusst miteinander sitzen, nicht nur in Situationen, irgendwie, ja, Hütte-Momente oder irgendwie irgendein technisches Problem, das du mit dem Vater besprechen möchtest, sondern einfach ein bisschen Zeit verbringen und ein bisschen Spass haben und lustig haben miteinander. Leben noch von deinen Grosseltern? Nein. Nein, weil dort fährt ja das schon ein bisschen an mit der, mit der Endlichkeit, oder? Ja, ganz übel. Bei mir ist so, von vier Grosseltern leben noch drei. Wow! Wovon bist du? Ja, es sind immer alle sehr jung, älter geworden. Ja, offensichtlich. Und meine Grossmutter ist jetzt aber auch, hat übrigens heute Geburtstag, oder hat heute Geburtstag. Wir gratulieren. Sie ist vor neun Jahren gestorben und sie ist, sie ist ein sehr nahe Bezugs… Also sie hat Geburtstag oder sie hat? Sie hat, also sie, ja, mein Geburtstag hat man ja auch, wenn man nicht mehr lebt. Aha, also sie hätte. Genau. Aha. Den müssen wir nicht mehr gratulieren. Kann man trotzdem doch. Ach schon? Ja, ja. Und ich finde auch, der Geburtstag ist ein schönerer Tag zum Feieren. So, also weißt du, der Todes-Tag, ich weiss, der ist irgendwann. Mhm. Aber da, 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 da du nicht verdrängen, aber da ist nicht so, da, 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 da du mir nicht so bewusst machen wie der Geburtstag. Ich finde, der Geburtstag ist schön, um wirklich wieder mal intensiver, äh, an, an, an einen Menschen zu denken. Mhm. Also, auf jeden Fall, bei ihr habe ich das Gefühl mega oft gehabt, weil ihr ist schon lange nicht gut gegangen. Und ich habe immer wirklich so, jedes Mal, wenn du angeläutet hast, hast du gedacht, bitte nicht mehr ab, weißt du? Und jedes Mal, wenn ich zu ihrer bin, dann sag ich, bitte mach auf. So, und es ist, also, es ist wirklich brutal, wenn man sich dem eben schon bewusst ist und man muss eigentlich eben jetzt dagegen kämpfen, sondern eben mehr schauen, dass die Situation jetzt, dass man die geniesst, anstatt immer schon daran zu denken, oh nein, es könnte dann, es könnte dann, oder? Weil, wie du sagst, das macht ja dann auch krass. Ja, ich finde, irgendwie beides hat seine Berechtigung. Ich finde, man darf auch daran denken, dass es mal vorbei ist und man kann auch mal traurig sein. Natürlich. Um sich überhaupt damit auseinanderzusitzen, dass es, oder, dass es passiert. Ja, ja, natürlich. Aber es ist, eben, ich merke es durch das bei meinen anderen Grosseltern, das ist für mich der zweite Tag gewesen jetzt am Sonntag, mein Mutter Geburtstag gehabt, ein grosses Familienfest und, äh, und danach ist mein Grossvater gekommen und sein Bruder, mein Grossonkel, der ist 90, ist irgendwie am Morgen noch 64 Kilometer mit dem Velo gefahren. Also, weißt du, so einer. Und da habe ich jetzt auch schon mega lange nicht mehr gesehen. und ich hatte so Freude gehabt, äh, einfach mein Grossvater und mein Grossonkel irgendwie zusammen reden gesehen und irgendwie, äh, sie haben so eine Art Rap-Battle gemacht. Der eine hat, der eine hat Altgriechisch geredet und der andere hat Latinisch geredet, weißt du, so ein bisschen lernen, einfach so, hör, und ich kann auch das auswendig. Und da, hör, 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 hör. Und, äh, und, und, das sind dann, ist für mich jetzt so ein Moment gewesen von der Realisierung, so, ja, wir müssen eben wirklich, wie du sagst, wir müssen probieren, so, so Momente öfters zu reproduzieren, solange man noch kann. Ja. Ja. Wir müssen probieren, wenn es nicht geht, ist nicht so schlimm. Ja. Aber die Momente, wo du hast, irgendwie einfach ein bisschen, ja, aufnehmen. Darum schenk ich den Eltern eigentlich auch nur noch Erlebnis. Also wirklich halt, gemeinsame Zeit. Ja. Ja, ältere Sachen schenken. Sie haben ja dann auch schon Freude, aber eigentlich ist es noch ein bisschen Wurst. Und sie haben ja eigentlich alles. Also, das Materielle ist ja eh nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was einem, ja, wird einem ja weniger wichtig. Genau. Wenn die Eltern wirst, ja, Zeit. Sie wollen Zeit noch haben mit, auch eigentlich, es trifft ein bisschen aufeinander, glaube die Bedürfnisse. Sie wollen Zeit haben mit denen, die sie gerne haben und du solltest oder wir sollten Zeit mit ihnen auch verbringen. Und das Schöne ist, du kannst ja dann, wenn man es mal schafft, kannst du ja dann auch, wie will ich sagen, auf einer anderen Ebene Zeit miteinander verbringen. Weil es ist ja dann nicht mehr das, äh, hast du das gemacht, äh, schau noch, schau noch. Es ist ja auch noch lustig, weisst du, wenn dir heute noch die Mutter würde sagen, rum bitte dein Zimmer rauf. Gut, ich kenne Geschichten von Leuten, die... Und leg bitte ein anderes Hemd, Paragon. Hey, ich kenne Geschichten von Leuten, die während Covid zu den Eltern zurück sind, weisst du? Irgendwie, ah, ich muss jetzt halt irgendwie... Ich muss jetzt halt zurück und... Und das ist dann absurd, so. Andi 30, Anfang 40 und du bist dann wirklich oft wieder daheim und das ist genau wie früher. Natürlich. Du kannst nichts ändern, es ist wirklich so. Natürlich ist es wie früher. Natürlich. Und nur schon die Frage, bist du da zum Nachdenken? Und wenn du zusammen in den Ferien bist, kannst du dir mehr anders begegnen, so, oder? Ja. Hat natürlich mit Kindern auch noch andere Vorteile. Weisst du, wenn du irgendwie grosse Eltern dabei hast, unter Umständen, können sie mal die Kinder hüten, dann hast du mal Zeit, mit dem Partner oder mit dem Partner etwas... Ich kann halt essen vielleicht, das hat ja auch Vorteile, in dem Sinne. Richtig, wenn die Kinder dabei sind, aber... Ja. Aber ich bin jetzt mit meinem Vater geholfen. Und es war wirklich geil gewesen. Und dann hast du wirklich so... Also klar, du hast eben noch irgendeine Aktivität, aber wir haben wirklich auch zusammen Ferien gemacht. Und dann gehst du wirklich mal in das träumliche Restaurant essen und so. Und es war wirklich geil gewesen. Ich sollte mit meinem Vater wieder mal Tennis spielen. Er spielt leidenschaftlich gegen Tennis. Und als Kind hat er uns immer auf den Tennisplatz geschlagen, wir haben Tennis gespielt. Ja. Und seit längerem nicht mehr. Und er spielt aber immer und ich habe immer gedacht, ich sollte eigentlich noch mit ihm wieder mal spielen. Ja. Und dann haben wir ihn letztes Jahr angerufen, weil ich auch wieder gedacht habe, hast du Zeit, wir sollten telefonieren und... Der Mann ist 87 jetzt dann. Wow. Und ich dachte, ja, eben, nimmt er ab. Mhm. So, und dann haben wir telefoniert und dann... Ja, ja, ja. Die Woche, ja. Haben wir noch doppelt gespielt. Zwei Stunden. Oh, krass. Oh ja. Und dann später, am Freitag, haben wir noch nur eine Stunde spielen können. Dann sind nachher noch die Clubmeisterschaften gekommen. Dann habe ich nicht mehr spielen können. Nein, du hast nur eine Stunde können spielen. Sieben hier. Ah, wirklich krass. Ja, ich mag halt nicht mehr so fest schlafen. So. Ja, okay. So, mir tut jetzt schon ein bisschen alles weh, wenn ich aufstehe, aber ist gut. Okay, krass. Aber dann muss ich wirklich den Moment dann noch wahrnehmen. Und hat er jetzt abgemacht? Geht er jetzt gleich Tennis spielen? Nein, eben nicht. Ah. Wir sind dann irgendwie wieder bei etwas anderem gelandet. Wir sind dann irgendwie wieder bei etwas anderem gelandet. Wir hatten dann irgendwie noch eine Story vom Dorf von früher. Oder weisst der Teufel, was sie noch erzählen wollen. Aber es war lustig. Ah, ich muss immer an eine Geschichte denken von einem Kollegen, der irgendwie frische Training hinter sich hat. Also wirklich gerade in diesem Moment. Seine damalige Freundin hat sich von ihm getrennt. Und er hat sie ein bisschen nicht geschlagen gesehen. Und hat nicht gewusst genau, was zu machen. Und er hat übrigens gefunden, er ruft mal nach Hause an. Und normalerweise nimmt er immer seine Mutter ab. Immer. Und genau an diesem Tag nimmt sein Vater ab. Und dann ist für beide so ein bisschen eine Überraschung, dass sie jetzt miteinander telefonieren. Oh. Ja. Das war seltsam. Genau. Und dann auch so. Und wie geht's? Und dann hat Michael Ehrich gesagt, ja, ist irgendwie gerade getrennt. Und dann haben wir noch so ein wichtiges Thema. Oder so. Wo noch nicht wir mit dem Vater besprechen. Und dann haben wir irgendwie über das diskutiert. Und sie hat gesagt so und so. Und irgendwann hat er so kurz fertig erzählt. Und sein Vater ist einfach so fünf Sekunden still. Und dann sagt er, ich gebe dir mal das Mami. Kommt wieder, wenn die technische Frage ist. Wie gesagt. Nein, das ist wirklich, das ist nicht unsere Disziplin. Kollege. Für das sind wir zahlen. Und ich glaube, seitdem hat er auch nie mehr das Telefon abgenommen. So einmal hat er gedacht, komm, ich nehme das Telefon ab. Kann ja nichts Schlimmes passieren. Aber das stimmt. Du weißt ja wenigstens noch eine Generation, die das Telefon noch abnimmt. Die behaupten uns nicht. Ja, die haben ein Heimtelefon. Richtig klassisch. Ja. Ist aber geil. Okay. Familie. Die Feelgood 1. Ja. Finde ich mega schön. Ja. Ja. Das ist wirklich so der wichtigste. Die Familiärung. Also für mich ist das ja immer subjektiv. Aber das ist so der erste Feelgood-Kreis oder Faktor. Ja. Zweitens sind die Freunde. Kommt schon viel zu kurz. Mhm. Also ich meine gute Freunde. Die nächsten Freunde, die man eigentlich schon immer hat, finde ich. Die Freundschaften pflegen, mit denen abmachen, wo du einfach so ein Vertrauensverhältnis hast. Es ist nicht irgendwie eine Freundschaft, wo du irgendwie gross arbeiten musst oder nichts. Sondern da kann auch einer eben mal ins Ausland gehen und wieder zurückkommen. Ja. Du machst genau weiter. Du fragst kaum, was er erlebt hat. Sondern es geht einfach weiter. Es war einfach eine Zeitkapsel und fertig und geht weiter. Und dann haben wir letztens wieder. Dann sind wir wieder irgendwo verhockt miteinander. Und alle, weisst du, im gleichen Strudel drin. Irgendwie mit Schaffen und Familie. Und alles irgendwie probieren und rein Hut zu bringen. Und dann kommst du zusammen. Dann hast du auch wirklich wieder einmal die Zeit, um wieder mal richtig blöd zu tun und grölen und nicht irgendwie überlegen. Was kann ich sagen? Was kann ich nicht sagen? Sondern du kannst wirklich einfach rein und lachen. Und es entsteht einfach so eine Comedy, so wie ich finde, muss ich sie geniessen. Eigentlich. Und zwar frisch. Ja. Es ist wirklich... Die Jokes entstehen frisch. Und du kannst sie dann geniessen und dann sind sie weg. Und das ist gut so. Genau. Es gibt ja dann das Ping Pong. Ja. Und niemand anders wird es verstehen und kommt niemand raus, aber du lachst dich kaputt und hast einen schönen Abend miteinander. Und es wirkt dann so ein bisschen, in die Woche nie. Oder am nächsten Tag noch und schreibst dann vielleicht irgendeine Umsprache. Hey, gestern wieder völlig mad gewesen. Es sind seltene Momente worden. Weil einfach Zeit auch. Fehlt für alles. Aber es ist definitiv ein Faktor, der wichtig ist und gut ist und auch nachhaltig ist. Darum sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr rein investieren. Weil ich denke, ja, es ist gut, wenn man Kontakte hat und Freunde hat, die irgendwann mal das Leben verändert sich und die Freunde pflegen ist gut. Hast du noch Freunde von Primar oder vielleicht sogar Kindergarten? Ja. Wirklich? Ja. Ja? Ja. Crazy. Ja, das ist wirklich krass. Also natürlich mittlerweile auch andere Leute jetzt in den Suchen, die auch super Freunde sind. Aber es sind doch eine Handvoll Leute, die wir noch so wirklich miteinander in Primar sind. Eine Handvoll sogar? Ja, drei, vier Leute. Ja? Okay. Und das ist die komplette Madness. Also wir haben eben die Schulzeit miteinander mehr oder weniger verbracht und dann ab irgendeinem Zeitpunkt relativ intensiv. Also alle miteinander irgendwie in Weges gewohnt und mittlerweile irgendwie Götti voneinander und Zeug und Sachen. Also so auch verbandelt in dem Sinne familiär und so. Und da hat die Zeug, da hat keine Platte zwischengepasst. Also da ist, wir sind so eine Einheit gewesen und bist nicht reich. Es ist nur darum gegangen, dass wir es lustig haben. Das ist das oberste Gredo gewesen. Aber die haben ja noch einen Namen für eure Glicken oder so. Nein, da hat keine Umstände. Ja, wir haben den Räumchen und den Bagel. Nein. Nein, so weißt du, für die ganze Gruppe oder so. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht so. Das sind die, die dann bei 5 gegen 5 sind gekommen. Weißt du so. Ja. Wir sind die Stockrente. Nein, nein. Wir sind ja nie auf Mallorca mit dem gleichen Shirt oder so. Also. Haha. Oder auch nicht mit 5 verschiedenen. Aber nicht so. Nein, unter keinen Umständen. Im Gegenteil. Wir hatten auch das Gredo mal. Früher, wenn wir im Ausgang. Wenn einer Lämpen angezettelt. Ja. Mit irgendwo draussen, dann dürfen die anderen gehen. Ah, geil. Und überhaupt nicht so mit meinem Bro, was Fiction hat. Das sind die guten Wirtschaften. Wenn einer anfängt herumpöbeln, dann muss er die Suppe selber auslöffeln. Ja. Aber das sind die richtigen Freundschaften. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so ein grundlegender Unterschied. Die richtig guten Freundschaften. Ja. Da lässt du auch mal jemanden liegen. Ja. Ja, der findet ihn schon wieder heim. Du hast wirklich komplettes Vertrauen. Und auch so in dem Sinne. Ja, wir sind auch absolut, also brutal ehrlich miteinander. Ja. Natürlich, je nachdem, wie viel das wir getrunken haben, ein bisschen ehrlicher. Aber wir sind brutal ehrlich miteinander. Und sagen, wenn einer irgendwie irgendetwas Erfolgreiches gemacht hat. Mhm. Das erste, was man macht mit. Natürlich sagst du, hey, gratuliere, geil. Aber dann gleich mal auch. Schon finde ich das geil. Einfach auf eine lustige Art. Um ihn ein bisschen runterzuholen, um ihn anzünden, um einfach ein bisschen reinzufreisen. Und das arbeitet so gut, oder? Ja. Also ich finde nichts geiler, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Mixed Show im KKL und irgendwie tausend Leute sind zu schauen und am nächsten Tag treffe ich drei von diesen Holzköpfen. Und das ist, weisst du, es ist so egal. Es ist, weisst du, es ist so egal. Genau. Es ist sogar, es ist sogar im Negativ. Ja. Es ist so, pfff, ja was? Weisst du? Ja. Ich bin nicht die, die schauen oder so. Ich würde ja nicht mehr schauen, nur ich kenne dich. Genau. Genau. Und das ist so gut. Ja, es erde. Und manchmal hilft es auch, zu reflektieren, auch darüber nachzudenken. Ja stimmt, das ist auch nicht so wichtig. Nein, eben. Natürlich habe ich Freude und das ist alles okay. Und wir dürfen Freude haben. Aber es ist dann auch nicht so wichtig. Ist auch egal. Eben, du merkst dann, dass das ja eigentlich das Wichtiger ist. Ja, das ist viel wichtiger. Aber ja, es ist überschritten. Wir haben den Punkt gehabt. Letztens im Moment gehabt. Dann habe ich irgendwie im Ausgang ein bisschen räuschig. Und dann haben wir einander irgendwie. Wir diskutieren auch gerne. Ja. Das ist ein anderer Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Das Debattieren. Und dann waren wir immer am Debattieren. Und dann, weil du den anderen ja so gut kennst, kennst du ja am anderen seine Trägerpunkte. Oder? Ja. Und die Schmerzpunkte. Ja. Die kennst du ja so gut mittlerweile. Und die werden natürlich gedrückt. Und dann haust du natürlich drauf. Und zurück. Und hin und her. Und dann hat es es wirklich schon gegeben. Also es hat es letztens gegeben, dass ich den nächsten Tag, wenn ich mich einem Kollegen wieder melden musste, hey, sorry, ich wollte im Fall nicht so anticken. Und so. Also so weit ist es mit mir, dass ich einfach finde, ah fuck. Absolut lustig. Ah fuck. Und dann hat er zurückgeschrieben. Ich weiss im Fall. Ich habe es nicht so empfunden. So. Okay. Aber ich habe dann zumal gedacht, ich habe jetzt ein bisschen geächt reingegangen. Das habe ich für mein Empfinden. Okay. Dann ist das. Das ist der einzige Unterschied. Ich kann gerade wieder sagen, ich weiss in meinem Freundeskreis, welcher du wärst. So. Es gibt einen bei uns, der ist wahnsinnig lustig. Und er lässt keinen Spruch aus. Und vor allem nicht, wenn er gegen jemanden gehen kann. Einfach konstant. Oder? Und er kennt auch die Schwachpunkte. Und darum ist er auch so ein bisschen wie Teflon. Also weiss. Er kann sich auch aufregen. Aber einfach. Er kann wirklich immer mit zwei Sätzen alle einfach so. Bäm. Bäm. Und der Unterschied zu dir ist, der meldet sich nicht am nächsten Tag. Ja. Aber das habe ich früher auch nicht. Weil ich dachte, ja nein, das ist Part of the game. Der hätte wohl beim einen der Weihnachtsessen bei einem anderen seinen Trägerpunkt so lange so lange bearbeitet. Oh Gott. Bis der armsthaft gesagt hat, wir können ihn voll raus. Also er wollte nicht raus mit ihm schreien. Nein. Nein. Und der sagte dann so, ja was? Nein, was? Aber dann bist du jetzt für einen krassen Sieg? Oder was? Ja. Und es ist natürlich nicht der krassen Sieg. Sonst ist aber einer, der dir nie im Leben gedacht hat, dass der jemals so etwas sagt. Ja. Jetzt reicht es mir im Fall. Jetzt gehen wir raus. Weißt du so? Oh mein Gott. Ja, nein. Früher, vielleicht, weiss nicht, vielleicht hat es mit den Eltern zu tun. Weiss den Teufel. Früher hatte ich einfach einen schwachen Moment gehabt. Ich habe es gefunden. Aber ich meine, umgekehrt, also wir, wir agieren alle so. einfach, wenn jemand ein Zeichen erzählt, dann gehen wir sehr gerne drauf. Ja, ja. willst du mich verarschen? Und dann drauf. Und es ist ja lustig, wie in gewissen Situationen, das ja für Stunden gehen kann. Ja. Und in anderen Situationen, eben, ist jemand halt mal irgendwie vielleicht schon eh ein bisschen gestresst oder gereizt. Ja. Und das musst du immer zuerst herausfinden, oder? Ja, aber das Schöne ist, finde ich, bei guten Freunden, die verlierst du wegen dem nicht. Nein! Das ist ja dann gerade wieder vergessen. Unmittelbar. Aber der eine ist so geil gewesen. Der eine ist, ich gehe vom Velofahren, und wir haben uns irgendwie ein paar Hände getroffen, etwas getrunken, und ich habe ihm gesagt, ja, wir sind dort und dort, falls du dann noch vorbeigehen. Und der ist dann irgendwann tatsächlich gekommen, und zwar direkt vom Velofahren, noch im Dress, weiss? Hochroten Kopf, oder? Und der eine hatte, ich glaube, zwei Sprüche zu viel gemacht, wie rot sein Kopf jetzt ist. Und dann einfach, halt deine scheisse Frau, weisst du? Wir haben gerade 70 Kilometer gemacht, und du musst zuerst mal runterfahren. Und zuerst passiert, wird oft einer Piu 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 Piu. Ja, ein Stecknis vor der Rad. Und dann auch viel zu krass eben zurück, du mit deinem scheisse Hemmli, weisst du? Ja, genau. Aber zwei Sekunden später, alles durch. Eigentlich in jeder Situation. Weil eben unter Freunden, weisst du, ja ist egal. Und der, was du vorher gesagt hast, das ist dann der, der dann oft von der Seite für beide ein paar Sprüche dazu macht. Ja, einfach beide dann abtisch. Ja, der Liebes, das ist dann das Schönste, weil du bist unbeteilig, du kannst einfach, weil es aufklächerlich für beide ist. Aber du hast gesagt, Ausgang, gehen die noch richtig, gehen die noch richtig? Nein. Nicht in den Club und so. Nein, bist wahnsinnig. Wobei, wir haben das letzte Mal wieder mal geschafft, dass wir irgendwie Drum'n'Bass wieder mal wieder mal Drum'n'Bass wie so um die 20. In Basel hat man es immer Drum'n'Buss genannt. Es gab so eine Party-Reihe. Drum'n'Buss, ja. Ja. Nein, das war geil. Drum'n'Bass. Ja, wieder mal richtig. Und es hat sich angefühlt wie früher. Also es war ein bisschen wie, ja, ohne die Verletzungen. In der Garage oder wo? Nein, in der Grabenhalle. Wie ein Grümpelturnier, wenn du das Gefühl hast, ja, ja, ich habe es noch im Kopf und dann spielst du, und dann hast du Verletzungen. Und dann hast du Zählergriss. Das aber ohne Verletzungen. Du hast das Gefühl, ah, Drum'n'Bass wäre wieder mal geil. Dann gehst du, ah ja, ist noch geil. Aber du hast keine Verletzungen. Dann siehst vielleicht lächerlich aus, weil du irgendwie über 40 bist und irgendwie noch gleich tanzest wie mit 20 oder probierst. Egal. Aber es macht Spass. Dann bist du auch, als du dich früher nicht mehr gefragt hast, was macht so ein Alten? Ja, das gibt drei Varianten. Der Zivilfahnder, der Pedo oder ein Vater, der irgendwie seine Tochter oder so sucht. So. Das waren immer so die Gedanken, die ich hatte, wenn irgendwo ältere Leute rum gewesen sind. Wie bin ich denn? Welcher bist du? Der Zivilfahnder? Alle drüben. Nein. Aber es ist einfach so, ja, in Ausgang, nein, ich gehe nicht mehr in Ausgang. Obwohl, ich gehe gerne irgendwie etwas unternehmen oder etwas machen. Ja. So. Etwas konsumieren. So einfach in eine Bar sitzen irgendwie drei Stunden ist auch lustig, aber manchmal irgendetwas, ein Konzert hören. Oder so. Ja. Ob das irgendwie einen Zweck hat, wenn ich weggehe. So, wenn ich mal vom Sofa daheim aufstehen, soll es irgendwie genützt haben. Ja, ja. Ich möchte mit etwas nach Hause kommen, sei es mit einem Inhalt kultureller Art oder so. Ein gutes Gespräch oder so. Das ist jetzt noch geil gewesen. Ja. Hat sich gelohnt. Und dazu gezählt, das ist ein Punkt, was ich auch aufgeschrieben habe. Ähm, ist es debattieren. Das hast du vorher schon erwartet. Ja. Ist das viel gut drehen, in dem Fall. Ja. Ich tue wahnsinnig gerne debattieren und wir in unserem Freundeskreis machen das alle recht gerne. Wird das denn, wird das denn plant? Nein, aber es passiert einfach. Es passiert. Es sagst Thema XY und dann geht es los. Nein, 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 das passiert und ich stürze darauf ein und dann wird geil debattiert. Mhm. Und da finde ich, ich mache das wahnsinnig gerne. Aber es muss ein Rahmen sein, wo du es kannst. Ja. Mit Leuten, die verstehen, jetzt wird debattiert und jetzt sind die Regeln. Das ist ein Game. Mhm. Das ist ein Spiel, das wir hier machen. Wir sehen zwar ernst aus, aber es ist ein Game. Und jetzt geht es darum, um die besseren Argumente zu finden und es klingt vielleicht nach aussen ein bisschen bösartig und ein bisschen streng und manchmal vielleicht auch ein bisschen gemein. Ist es aber nicht. Mhm. Es ist nur ein Spiel. Bist du in dem Fall, welche Position du auch immer einnimmst? Immer die anderen. Eben. Ist es denn gar nicht unbedingt repräsentativ für deine Ideologie oder deine wirkliche Meinung? Sondern es geht einfach darum. Jei. Man muss jetzt den Punkt. Manchmal ist man gleich gemeinig, ja. Ja. Aber in der Regel geht es auch manchmal einfach darum, zum, ich sage jetzt den anderen, ähm, testen. Ja. Trial and Error. Ja. Also du kommst und hast irgendeine These und sagst, ja, das habe ich jetzt gut gefunden. Und dann geht es darum, um die hinterfragen. Mhm. Ja, aber hast du dann schon überlegt? Findest du das gut? Wenn... Wir sind im Grundsatz gleiche Meinung. Ja. Ja. Aber ich möchte wissen, hast du die Argumente dafür? Mhm. Und ich nehme dann so ein bisschen wie Devil's Advocate, oder? Ich nehme dann so die Position von... ... die Argumentation, wie ich sage jetzt von dir. ... die Gegnerschaft ein... ... und mache die Stellvertretung, um zu schauen, kannst du es verargumentieren? Oder hast du jetzt einfach... ... hast du einfach etwas auf TikTok gesehen und findest, ja, das ist jetzt auch... ... das ist ganz schlimm. So. Oder kannst argumentieren. Hast du dich informiert? Hast du deine Punkte? Gott, bist du anstrengend? Hahaha. Das ist streng. Eben, das sage ich, das geht in einen Rahmen. Das geht in einen Rahmen, wo du das kannst, mit Leuten, die wissen, wie das funktioniert, das Spielen. Und ich finde, ich mache das sehr gerne. Mhm. Wenn du das machst, an einem Ort, wo es nicht... ... wo es vielleicht nicht ganz so verstanden wird, dann kommt die Reaktion, wie du jetzt hast. Gott, das ist einfach nur streng. Ich möchte, dass man mehr sagt, dass ich Lesbe. So. Jetzt böse gesagt. Nein, nein, nicht streng, anstrengend, habe ich gesagt. Ja, eben. Ist das... Ja, und manchmal muss es anstrengend sein. Manchmal muss... Ich finde, es lässt, um das Hirn manchmal anstrengen zu müssen, auch selber, um die Argumentation zu schärfen, um das einordnen, was du gesehen hast, was du gehört hast, um das zu prozessieren, als miteinander in einem Kreis stehen und alle finden es gleich. Ja. Das ist ja stinklangweilig. Das ist stinklangweilig. Ich finde, das ist ja etwas, das man überall sieht, damit die Leute einfach in ihren Kreis reinstehen und sagen sich alle gegenseitig, ja, wir haben alle recht, du auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wir haben recht. Und sobald irgendeine Form von Frage kommt oder Argumentation, haben sie das Gefühl, jetzt werden sie als Personen hinterfragt. Nein! Nein! Aber wenn du mit etwas kommst und etwas vertrittst oder etwas, 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 etwas herausprägst, dann musst du damit rechnen, dass sie hinterfragt wird. Und das muss irgendjemand machen, und das sind meistens die guten Freunde, weil wenn das niemand mehr macht, dann lebst du ja wie ein Diktator, der einfach alle sagt, du hast immer recht. Ja. Ja. Ich habe extra gesagt, anstrengend, weil ich bin ähnlich. Und ich weiss, dass es anstrengend kann sein. Ja, furchtbar. Für andere Leute. Ja. Und ich habe gemerkt, wie du sagst, man muss, das sehe ich als meine Aufgabe, die richtige Situation finden, wo es es jetzt eher erlaubt und die Situation finden, wo man es jetzt vielleicht lieber lässt. Und, das war aber mein Problem, früher hat sich das bei mir so fest ausgeprägt, dass ich dann einfach immer recht haben wollte. Und das habe ich gemerkt, das ist auch nicht das Ziel. Nein. So, aber bei uns in der Schule ist das mal passiert, dass wirklich, wir mussten eine Art Arena machen in der Schule. Und dann hast du einen Zeitungsartikel gekriegt und es ist irgendwie damals darum gegangen, ob jetzt Telefonkabine abgeschafft sollen oder nicht. So. Und dann hast du halt in dem Zeitungsartikel Argument dafür gehabt, von der einen Stimme und Argument dagegen von der anderen Stimme. Und danach ist oft ausgelost worden. So und wir sind jetzt dafür und wir sind dagegen und jetzt müssen wir loslegen. Ja, grossartig. Und dort, ich weiss nicht mehr, für was ich sein musste, aber das ist für mich gesehen, als hätte man mir irgendwelche Drogen direkt intravenös verabreicht. Und ich habe das so geil gefunden. Ja. Und ich glaube, das hat mich für eine lange Zeit geschädigt, weil ich dann einfach immer jede Diskussion gewinnen wollte. Und dann ist es einfach egal, mit was für Argument oder wie auch immer. Und das musste ich für mich lernen. Ja. Jetzt ein bisschen mehr hinterfragen, das finde ich sehr lustig. Ja. Also das macht sehr Spass. Weil dann du ja eigentlich nur die andere Person ins Studio bringen. Ja. Du musst ja selber gar noch nichts bringen. Nein. Du kannst ja auch die richtigen Fragen stellen. Ja, schon. Ja, wenn jemand das Spiel eben kann, dann stellt er die Frage zurück. Genau. Hoffentlich. Und hinterfragt dich in deiner Kritik. Also es ist so eine, es muss sich ja dann so weiter. Genau. Es ist ein Tanz, oder? Du musst miteinander tanzen, aber wenn die andere Person nicht tanzen will, bist du einfach ein komischer Hund, der sich um die Brummen bewegt und diese Person will nicht tanzen. Genau. Aber das ist lustig, an Ähnlich Historika. Ich habe in Schweden studiert, habe dort Medienkommunikation studiert, wir mussten uns aufnehmen mit einer Kamera, haben ein Thema bekommen und haben uns vorbereitet auf das Thema Ja. und haben aber können wählen, welche Argumentation das wir nehmen wollen. Also pro oder kontra, es ist darum gegangen, soll Werbung, in Schweden haben es relativ strikt gesetzt, wenn es um den Jugendschutz geht, beim Thema Werbung, soll man es liberalisieren und soll Werbung an Kinder unter 12 zugelassen werden, Fernsehwerbung, wenn ich also Spielsache etc. oder nicht, beim staatlichen Fernsehen so. Und ich habe gefunden, eigentlich Grundsatz, im zweiten Buch, ja natürlich musst du Kinder schützen. Mhm. Ich habe gefunden, es ist aber spannender, einen Punkt einzunehmen, den du nicht hast. Ja. Es ist viel spannender und dann solche Turnübungen so machen, als einfach das, wo du eh denkst, und wo du eh denkst, die meisten haben hier im Raum. Es ist viel spannender, eine Argumentation so aufzubauen und die so informieren. Und dann habe ich ja so argumentiert, ich habe natürlich Debatten, in dem Sinne, du hast ja einen Publikumsrat, der dann abstimmt. Ja. Und dann habe ich natürlich verloren, aber der Lehrer hat nachher gefunden, das war jetzt noch krass. Ja. Dass du, dass du reingegangen bist, und als Einziger in dem Sinne eine Gegenposition eingenommen hast, wo man eigentlich, muss ich sagen, ist völlig, ist völlig klar, dass man eigentlich dafür wäre. Du hast aber geil argumentiert. Ja. Das stimmt. Dann hast du natürlich pur Dopamin. Und ich habe das Gefühl, das ist zum Teil ein bisschen das Problem in der Politik, dass die Menschen an Ort hast, wo sie eben gar nicht mega fest ihre eigene Ideologie verfechten, sondern eben mehr das Parteiprogramm und eben mehr den Kick aussuchen, so ein bisschen Antagonist sind, oder? Obwohl, wir wissen, jetzt, keine Ahnung, diese Abstimmung macht eigentlich keinen Sinn, aber ich will jetzt einfach einfach schauen. Ja. So eine Arena, wo es dann einfach primär darum geht, die haben Medienpräsenz gehabt. Das auch. Das auch. Eine lange Deilung ohne Ende. Also weisst du, ich habe gedacht, bei Brexit ist ja nie, nicht einmal von den härtesten, oder was weiss ich, ist das Ziel gewesen, dass das wirklich durchkommt. Aha, man hat einfach gespielt. Genau. Mit dem Feuer gespielt. Und dann hat man schlussend. Und dann passiert es. Ich gehe mal ein bisschen in Ferien. So, oder? Genau. Und ich habe das Gefühl, oft hast du, vor allem wenn sie dann eben weiterkommen, sind sie dann irgendwann so, Hä, was mache ich eigentlich da? Egal, ich muss jetzt, ich muss jetzt weiter. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, in der Schweizer Politik jetzt, wenn man es so ein wenig verfolgt, oder auch, vielleicht ist es auch in dem Sinne ein wenig globaler gefasst, habe ich das Gefühl, das Spiel ist ein wenig verloren gegangen. Man hat früher noch, das Debattieren ist verbreiteter gewesen. Also ich sage jetzt, eine gewisse Distanz hat zu seinem eigenen Thema, aber es dann gleich lustvoll vertreten. Ja. Das heisst, wenn du in der Argumentation jetzt vielleicht einmal drunter gekommen bist, oder ein gutes Argument vom Gegner gekommen bist, wie bei einem guten Tennis Match, dass du dann auch den Punkt vom Gegner eigentlich bewundern kannst und sagen, wow. Und heute geht es nur noch darum, nein, nein, ich möchte Recht haben. Genau. Aber nicht im Sinne von Recht haben, auf einer kognitiven Ebene, in der Argumentation. Sondern einfach Weil es geil verargumentiert worden ist. Sondern einfach gegen schiessen. Sondern einfach, nein, du sagst es anders wie nie. Genau. Und darum finde ich es nicht geil. Finde ich dich nicht geil. Und das stinkt langweilig. Das interessiert mich nicht. Aber das ist ja auch ein bisschen, das ist ja oft Thema gesehen in einem Podcast, das ist ja auch ein bisschen die Stossrichtung von der mehr binaren Welt, die wir jetzt hätten. Ja, aber es ist eigentlich krass, wenn man denkt, dass eigentlich früher noch die Welt in dem Sinne weniger komplex gewesen ist, oder weniger fragmentiert wie heute. Ja. Ist sie doch, die ganze Fragmentation nehmen sich die Leute dann gleich in die einzelnen Positionen. und es ist wieder so eine binäre eine binäre Verhandlung. Das ist ja etwas Spannendes. Ich oder du. Ja. Das ist das Faszinierende daran. Und nicht mehr um die Sache. Genau. Und ich würde gerne über die Sache reden, nicht um Personen. Wer sind wir denn, dass wir so wichtig sind? Sondern in dem Moment soll ja die Sache im Zentrum stehen. Und ich finde, das ist ein Teil vom Weiterkommen der Menschheit, dass man Sachen prüft, dass man hinterfragt. Ja. Das ist ein Teil der Demokratie, dass man Sachen hinterfragt. Und das Hinterfragten wieder hinterfragt. Mhm. Und da müssen Leute, auch Leute, die kritisieren, die sagen, ja, dass wir das hinterfragen können. Ja, richtig. Auch die. Das hat man im ganzen Covid-Thema hat man das gemerkt. Das merkt man heute wieder bei gewissen Themen. Ja, einfach nur weil du kritisierst. Oder wenn du kritisierst, musst du bewusst sein, dass wir die dann auch wieder kritisieren. Ja, ja. Das Spiel geht nicht einfach nur auf eine Seite und dann darfst du dich zurückziehen hinter den Busch und warten, schauen, was passiert. Oder von dort hin einfach ich sage jetzt argumentative Handgranaten werfen und wieder versickeln. Also komm, füren und dann müssen wir es austragen. Aber wir haben uns vielleicht irgendwo noch gern. Ja, ja. So, die Lust, das Lustvolle am Ganzen ist ein bisschen, da geht ein bisschen verloren, finde ich. Wir alle wollen einander sagen, wir haben uns gern. Ja, natürlich haben wir uns gern. Da sitzen wir wie voraus. Aber ich habe das Gefühl, in dem Punkt ist die Schweiz ja immer noch sehr gut aufgestellt, weil wir trotz allem nicht so einen Personenkult haben wie andere Länder. Ja. Sondern eben die Thematik dahinter oft noch wichtiger ist. Die Arena ist so ein bisschen extrem, weil dort geht sie wirklich darum, möglichst intensiv von dieser Seite und möglichst intensiv von dieser Seite und eben in die Arena damit. Lass sie kämpfen. Ja, ja. Es ist ein bisschen Fleisch geworden, das twittert die Arena. Nein, das langweilt mich. Aber sonst? Es gibt wenige Momente, ich schaue ja auch nicht mehr so viel Arena wie früher, aber es gibt wenige Momente, wo ich denke, das ist jetzt noch geil gewesen. Auch wenn jemand politisch jetzt nicht von deinem Block ist oder so, dann hörst du einen Argument. das war jetzt noch ein guter Punkt. Ja. Das war jetzt noch gut für ein Argumentier, das hat mir noch gefallen. Oder wo du wirklich auch angeregt bist, zum denken, ja, vielleicht auch ein bisschen etwas. Es ist ja nie nur, eben, 100% oder Null. Sondern gewisse Sachen sind vielleicht für beide richtig. Ja. Es ist jetzt blöd, hätte es den anderen gesagt. Ja, ja, ja. Aber ja. Wo man sich, wo man sich kann, darauf einigen kann. Und eben, das fängt im Kleinen an. Das fängt, finde ich, unter Freunden an. Dass man sich, dass man sich hinterfragt und ein bisschen fetzt. Aber da muss ein bisschen, die Lust vorhanden sein dafür. Ja, logisch. Dass man, dass man weiterkommt. Das ist so ein bisschen, ja, das menschliche, wissenschaftliche Approach. Funktioniert es oder nicht? Wie endet es denn, so eine Debatte im Freundeskreis? In allem Möglichen. Wenn man mit absolutem übelstem Krach, also wirklich, dass irgendjemand davonlatscht und so, dann lässt es halt so. Oder man kommt irgendwann wieder zurück zum Punkt, ja gut, ja, wir sind ja eigentlich die gleiche Meinung. Mhm. So. Ja. Oder jemand sagt, hey, ich mag nicht mehr. Und das ist so. da kann ich irgendwie den Bogen machen wieder zurück zu der Familie. Ich hatte letztens mit dem Sohn so eine Diskussion gehabt. Und wir hatten wirklich, also so philosophische Diskussionen. Und am Schluss habe ich, er hatte Lust zu weiter diskutieren. Und ich habe dann eingefallen, man sagt, ich mag nicht mehr. Ich will jetzt ins Bit. Wir haben jetzt fünfmal das Gleiche gesagt, beide. Wir kommen nicht weiter, ist jetzt gut. Jetzt müssen wir es, jetzt müssen wir es stehen lassen. Ist wirklich gut. Jetzt müssen wir abbrechen. einfach. Der Sohn von Janik, wo ich eine Diskussion mit ihm hatte, hat er abgeschlossen mit, vielleicht hast du einfach nicht recht. Ja. Ja. Okay. Aber ein schöner, aber ein schöner Gedanke ist doch auch, zum manchmal denken, wenn, zum manchmal denken, oder nur für dich selber. Ja. Stell dir vor, der andere hat recht. So. Das ist ein mega Sam. Wie weisst du, wenn der andere recht hat? Also, dort kann ich sagen, das ist definitiv nicht so gesehen. Definitiv nicht. Das heisst du jetzt? Nein, hundertprozentig. Soll du sagen, was du gesehen hast? Mann, Autos haben vier Räder. Nein, nein, nein. Sondern, dass halt, wenn du mehr Wäsche im Wäschkorb hast, dass das mehr Wäsche gibt. Also, was mehr Wäsche gibt? Mathematisch gesehen. Ist halt einfach so. Mehr Wäsche im Wäschkorb bedeutet was? Bedeutet, dass mit der Zeit, weil du ja verschiedene Farben hast. Ja. Die du waschst. Ja, es hat vor allem wahrscheinlich mehr. Richtig. Ja. Das heisst, auf jetzt ein Jahr… Mehr Maschinen müssen laufen. Auf ein Jahr gerechnet werden, dass es mehr Maschinen sind, oder? Ja. Und du hast nicht ganz der Meinung gesehen. Aha. So. Weil du hast die Meinung gesehen, ja, es ist auf etwas mehr Wäschkorb, aber die Wäsche ist ja gleich gross und so. Und ich so, ja, aber was hast du auf die Länge gesehen? Vielleicht hast du auch nicht recht. Ich so, okay. Das ist ja gleich. Ja. Man muss auch Lernen Unrecht haben. Oder Niederlagen können eingestehen. Das ist auch wichtig. Eben. Und das hätte ich früher noch nie können. Was? Eben. Aber mit Kindern sagen, du hast Unrecht. Nein. Mit Kindern sagen, okay. Also grundsätzlich. Einfach mal den Schritt zurücknehmen und sagen, okay. In diesem Fall habe ich vielleicht nicht recht. Ja. 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 Das Problem bei uns war wirklich eine philosophische Frage, wo du nicht kannst, in dem es mit Riech oder Nein beantworten. Ja. Der berühmte Baum, der im Wald fällt. Tönt er oder nicht? Mhm. Ja. Und dann mussten wir ihn abschliessen mit den Magnumen. Dann wusste ich, okay. Ja, vielleicht ist es so, wenn man manchmal mit mir diskutiert, ist es gut. Ja. Dann können wir es doch einfach. Ja. Genau. Also den Moment, den Moment können akzeptieren, aber es ist etwas wunderschönes. Vor allem, vor allem der Baum, der in den Wald geht. Finde ich. Ja, finde ich eine schöne. Mach das fast nicht auf. Nein, nein, nein. Aber ich finde es eine schöne Thematik. Man kann es ja bei dem hören. Genau. Genau. Wenn ich eben nicht mache, ist es auf Twitter gehen. Oder online mit jemandem Fetzen. Ich finde grundsätzlich stinklangweilig, weil dort musst du ja überhaupt, es ist erstens sehr, in dem Sinne, träg. Mhm. Es ist schriftlich, dann heisst das, Ironie geht nicht. Ja. Und wenn man sagt, man etwas etwas ironisches, um zu schauen, wie reagiert der andere. Weiss es aber, dass du nur etwas ausreizst. Das geht nicht. Diese Diskussionen interessieren mich null. Und ich verstehe nicht, wie solche Dinge einmal den Weg in die Medien finden. Das Internet hat gesagt. Nein, nichts. Drei Tweets. Drei Tweets, genau. Die berühmten drei Tweets, die... Nein. Aufhören. Fettig. Die direkte Auseinandersetzung im Persönlichen diskutieren sehr gerne. Also weisst du, wir sind ja... Ich bin ja auch schon in dem Zauber durchs Dorf getrieben worden ist. Das ist langweilig. Meistens wollen ja die Leute dann persönlich nicht reden. Mhm. Man trifft ja manchmal dann auf diese Personen und hat dann die Gelegenheit um sich auszusetzen. Man hat... Gern. Mache ja gerne. Ich bin ja nicht irgendwie hässig dann auf diese Person in dem Sinn. Aber ich finde, da kann man ja persönlich reden. Das ist interessant. Zum vielleicht auch wissen, was steckt dahinter, woher kommt die andere Person, gibt es eine Vorgeschichte, wieso sie so reagiert etc. etc. Aber da im Internet rumfetzen... Gott im Himmel! Ich wirke sehr apolitisch. Ich bin... äh... kein grosser Kommentierer oder so. Ja... 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 Ja, habe ich früher auch so gemacht. Ähm... mitbekommen. Manchmal sind es auch Quellen, die jetzt gar nicht, eben nicht meiner Meinung entsprechen. Ja... Aber ich würde einfach mitbekommen oder hören, was sind die Argumente, was passiert, habe ich gerade nicht drin. Spinnen Sie einen! Ja... So nicht! Nein! 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 Das ist entweder das Information oder das Unterhaltungstool. Aber ich bin ja grundsätzlich... Ich bin sehr ein politischer Mensch, auch sehr politisch aufgewachsen. Ich muss manchmal lachen, wenn Leute, die jetzt in der Politik sind und dann sagen, Ja, ich bin mit 25 politisiert. Ja... Ja... Es bin wirklich von Kindsbeinen an politisiert gewesen. Oder politisiert worden von zu Hause aus, mit älteren Geschwistern, die Eltern sehr politisch interessiert. Und da vielleicht auch irgendwo ein bisschen abgestumpft, wenn du merkst, es ist immer das gleiche Spielchen. Ja, logisch. Es ist immer das gleiche Spielchen. Der Vater spielt es eben noch heute und sagt, hast du gesehen? Die Arena hat er wieder gesagt. Ja... Papa, du hast mir dabei gebracht, dass das nur darum geht, zum Aufmerksamkeit. Ja... Ja... Du hast mir dabei gebracht, und das ist genau da. Es geht nur darum, zum Lärm zu machen. Und an Lärm bin ich nicht interessiert. Das ist... Null. Das finde ich jetzt gerade... Das ist alles so ein News-Zeugs. Aber nur kurz, dass ich es gesagt habe, finde ich jetzt gerade spannend zu sehen, beim Trump. Mhm. Seit klar ist, dass es nicht mehr der Biden ist, der gegen ihn antritt, ist der Trump völlig in so einem Wahnsinnsstrudel, wo er... Er weiss nicht mehr, wie er attackieren. Mhm. Schon im Schatten boxen. Ja, weil sein ganzer Plan, den er irgendwie hatte, ist zusammengekehrt, oder? Und er hat jetzt wie noch keine Angriffsfläche gefunden. Ja. Zum eben den Lärm... Es macht... Es hat keine Resonanzerung im Moment. Genau. Es haftet nicht, oder? Es haftet nichts. Es kommt nichts zurück von dem. Und es geht niemand auf seine Provokation. Und das merkst du richtig? Es geht irgendwo ins Zeug raus und es ist einfach weg. Schön. Und das merkst du richtig, wenn du dann... Schön. So, ah fuck, was passiert jetzt? Weisst du so? Es ist überhaupt nicht sein normaler Stil, oder? Wo jetzt irgendwie gespielt wird. Und dann fällt er komplett zusammen. Ja. Es ist sehr faszinierend zu sehen. Es ist wahrscheinlich aber etwas, das wir alle lernen können. Ja. Dass wenn man irgendwie von irgendwo, von irgendeiner Stelle etwas kommt, das einen nicht interessiert, wo man nicht Lust hat, zu diskutieren. Ja. Dann lässt man es. Und lässt es nicht hin. Dann geht es nicht. Also nicht nur die Wand machen, die den Schall zurückwirft. Es hat ja in der Schule immer geheißen. Es geheiß ja, wenn das und das gesagt wird, nicht reagieren, oder? Ja. 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 Es ist manchmal schwierig. Aber eben im Persönlichen ist es schwierig. Da finde ich, kann man manchmal auch reagieren. Ich finde, muss man auch reagieren, wenn man es im Persönlichen erlebt. Es gibt jetzt auch Ungerechtigkeiten in der Welt. Nicht einen Tweet machen, nicht ein Fotos machen und auf Insta. Nein. Direkt an und diskutieren. Ja. Fertig. Mitnehmen und nach Hause gehen und zufrieden sein, dass man jetzt vielleicht etwas verändert hat. Aber nur weil man nachher 70 Likes hat, hat man die Welt nicht verändert. Sondern es sind die gleichen Leute, die einfach gefunden haben. Ja, finde ich auch. Jetzt bist du im Kreis gestanden und hast einander auf die Schulter geklopft. Ja. Das sind die berühmten Bubbles. Ja, das sind die berühmten Bubbles. Und gleichzeitig finde ich, eben nochmal zum Zurückkauf in die Kultur vom Debattieren. Ja. Hätte ich gerne wieder etwas mehr. Ja. Hätte ich gerne so Characters auch. In der Öffentlichkeit verschwinden etwas. Weil man halt eben ausgesetzt ist, irgendeinem Shitstorm oder so. Aber es sind ja alle im Fussball oder in der Politik. Ja, es sind alle etwas abgeschleifen. Ja, ja. Und ja, das ist halt, weil viel Kritik kommt von aussen und die Leute wollen sich damit nicht aussetzen. Ich glaube, es kommt jetzt irgendwann eine Zeit wieder, wo das verschwinden wird. Genau. Es kommen wieder mehr Characters und du kannst dich mehr hervorheben. Aber mit pointierten Sachen und guten Sachen und unterhaltsamen Sachen, die helfen nicht mit Lärm, sondern mit einfach funny stuff, mit guten Sachen. Ja. Es sind Wallen. Es sind immer Wallen. Es ist ja immer, wenn es eben eine längere Zeit vor etwas ist, dann sind die Ersten, die dann irgendwie nicht mehr ganz in Damm sind, sind dann wieder die, die wirklich rausstrahlen. Ja. Und es passiert ja in der Regel auch nichts. Also ich gehöre von, ich gehöre jetzt, wenn wir in der Comedy-Szene sind, gehöre ich von jungen Leuten, die mitnichten kontrovers sind, Sätze wie, ich weiss nicht, ob ich das sagen soll, dann werde ich noch canceln. Nein. Wo sich aber noch nie mit irgendetwas, also weisst, wo überhaupt nicht irgendwie gefährdet sind, dass sich irgendwo im Ecken stehen könnten. Im Gegenteil. Ja. Und man sagt, nein, du wirst nicht canceln. Es passiert nicht. Nein. Es passiert nichts. Machs. Machs. Dir, dir vor allem nimmt es niemand übel. Du hast dir noch nicht erforderlich. Ja, ja. Mach, probier aus. Es ist gleich. Es wird nicht canceln. Wenn es für dich stimmt, dann machs. Ja. Dann probier es aus. Und wenn es nicht klappt, dann machs etwas anderes. Aber ich finde es schade, wenn Leute sich schon vorher so eine Schere setzen und sind noch gar nicht irgendwie, weisst du, an einem Ort, wo man sagen muss, ja, ja, ist es Amstagabendkiste, musst du vielleicht ein wenig schauen oder so in einer Moderation, ja, könnte heikel sein, sondern irgendwo Open Likes oder so, wo man sagen, mach, für das ist es da. Ja. Ja. Und wenn es kontrovers ist und du kriegst Shit über oder jemand finde es nicht gut, ich sage das. Wenn ich es nicht gut finde, ich sage das. Ist aber auch gleich. Das gehört auch die Debattenkultur. Dann reden wir von dem Joke. Absolut. Natürlich. Und dann sagen die David, den habe ich nicht gut gefunden. Aber wenn du machen willst, dann machen. Ich finde, lieber tragen wir einen Joke mit, der etwas zu viel war, als dass wir ganz viele Jokes nicht machen. Aus meiner Erfahrung lehrst du dann ja auch am meisten, weil ich gemerkt habe, ich kann eigentlich immer das sagen, was ich will. Und eben, wenn es am Anfang zu viel ist, wenn ich es das erste Mal bringe, merke ich, oh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, dann ist es irgendwie ein Wort umzuscheln oder da etwas ersetzen, dass die Aussage immer noch die gleiche ist, es wird aber besser verstanden. Weil oft ist es ja eine Kommunikationsfrage. Oft ist es ja wirklich, kann ich das, was ich eigentlich hier drin denke, kann ich das richtig vermitteln? Genau. Oder? Dass ein Grossteil der Menschen, die dort sitzen, sie so verstehen, wie ich es meine. Genau. Hat es Joel ironisch gemeint? Richtig. Und dort lehrst du dann effektiv, die Craft, das klingt immer so blöd, aber dort lehrst du dann effektiv den grossen Teil davon. Nämlich, in diesen Nuancen mit dem anfangen zu spielen. Und natürlich viel mehr, als wenn du sagst, ich mache es nicht. Ja. Ist schade. Dann hast du nichts gelernt. Nein, hast du überhaupt nichts gelernt. Das ist wirklich schade. Ja. Da ist sie wieder einmal, die überraschende Unterbrachung mitten in der Folge. Ganz kurze Info, für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen, mein aktuelle Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf, jetzt auf www.joel-von-mutzen-becher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Brizza und Teddy Hall. Also, geht jetzt schnell Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Viel Gute Feier. Viel Gute Feier. Sport. Oh. Selber machen oder schauen? Aha. Gute Frage. Jetzt wäre das Olympische Spiel. In der Ferienzeit und das Olympische Spiel war das Schauen. Kannst du dich auch so völlig begeistern auf etwas, das du noch nie gesehen hast? Viel zu fest. Oh mein Gott. Dann bist du irgendwie auf das Mall und bist Expertin für Gelände reiten oder so einen Skys-Track, den du eigentlich noch nie davon gehört hast. Aber es ist einfach... Es ist geil. Bei uns ist viel der Fernseher jetzt gelaufen und ich habe es geliebt, um einfach... Irgendwann am Tag, hast du weisst, das Olympische Spiel, einschalten und dann kommt irgendeine geile Sportart. Ich habe so eine Art Ruder gesehen mit Wasserströmungen, wo sie durch die Törchen fahren müssen. Die, die von drei Meter runtergumpen am Anfang schon mit ihrem Schiff. Ja. Und dann müssen sie ja irgendwie... Und die Desk-Im-Rolle machen. Sackstörchen müssen sie gegen den Strom machen. Ja. Und damit du besser durchkommst, eigentlich kippst du dich so über. Und du bist so... Was? Ja, das ist geil. Und das Geile ist ja, dann haben sie irgendeinen Experten aus dieser Sportart, der dann irgendwie alles erklärt und du bist so... Hä? Wie? Oh mein Gott. Ja, und du hast neue Begrifflichkeiten. Du hast wieder etwas Neues gelernt. Das ist unglaublich. Du bist irgendwo drin. Das war super. Stimmt, das ist wirklich Auskonsumieren für Sport ist ein viel guten Moment gewesen. Irgendwie Volleyball oder Beachvolleyball. Es war grossartig zum Schauen. Ah, das finde ich so... Also ich müsste sagen, ein Hallenvolleyball ist wahrscheinlich eine der attraktivsten Sportarten, die es gibt. Es passiert viel. Es klopft einfach, wenn so ein Mensch kommt und entweder ist es ein geiler Block oder das Mensch landet irgendwo am Boden. Aber Badminton! Auch geil! Ist auch so ein bisschen das, oder? Anscheinend hätte jemand am Fernseher behauptet es ist die schnellste Sportart auf der Welt. Aber ich frage mich immer, wie das definiert wird. Ja, Formel 1 Auto ist schnell. Das ist eben der Punkt, weißt? Und zwar irgendwie es hat geheißen, Basketball, wo ich Basketball gespielt habe, es ist immer geheißen, es ist die zweitschnellste Teamsportart. Die schnellste ist Eishockey. Ja. Dann bist du und dann ist sie noch langsamer. Ja, bei mir ist sie die siebtschnellste gewesen. Können wir einfach, du weißt, alle stehen, passen uns ein bisschen den Ball. Wir werfen uns auf den Ball. Wir werfen auf den Korn. Genau. Ab und zu gehen rein, dann sind wir dran. Wenn er nicht rein geht, dann schauen wir, wer ihn kriegt. Weißt du so? Ja. Ich bin der Jordan. Es hat immer geheißen, ich sei zu fest mit meinen Haaren beschäftigt. Das habe ich noch lange Haare gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen. Das habe ich lange Haare gehabt. Dass du dich mit Haaren beschäftigst. Und wenn Fastbreak ist und alle in Transition sind, ist einer hinten gestanden. Ja. Hast du auch mal lange Haare? Ja, natürlich. Ja. Der Otto-Fan hat natürlich lange Haare gehabt. Richtig schön lange Haare gehabt. Nein. Und bei Badminton, ich glaube auch wegen der Geschwindigkeit von diesem Federball. Ja. Weil irgendwie hat er bis zu 700, keine Ahnung was. Das ist wirklich brutal schnell. Und wir hatten eben bei uns in der Schule, früher in der Sekunde, der war gerade mal Schweizer Meister. Ja. Und gegen dieses Spiel war es einfach geil. Du hattest keinen Stich gehabt, du hattest etwas gesehen. Ja, ja, ja. Und dann, wow. Ja. Natürlich, du hattest nicht einschätzen, wie gut ist er jetzt. Ja. Dann war er ja sehr schlecht jetzt. Aber er ist ja immer noch besser als du. Genau. Wenn du jemanden siehst, Huck, Eishockey spielen live. Du gehst auf Seussfeld, und du siehst jemanden Eishockey spielen, wow, der kann das sehr gut. Nein, vielleicht kann er es nicht. Aber er kann es einfach. Du hast keine Ahnung. Und er kann es einfach. Aber es ist im Verhalten. Das ist wie, wenn wir früher shooten sind. Ja. Und dann ist einer von den FCB Junioren dazugekommen, oder? Ja. Und das sind dann einfach so Welten, oder? Dass halt einfach, du hast zehn, die etwa auf diesem Level spielen, und dann hast du jemanden, der im Vergleich zu anderen noch niemanden ist, und trotzdem 17 Levels über dir spielt, oder? Und das sind dann einfach so... Ja, das war ein wenig jetzt, als die EM war, und danach hat irgendwie die Fussballmeisterschaft in der Schweiz wieder angefangen. So geil. Der Kontrast. Und dann hast du das Gefühl gehabt, Schauen wir jetzt Grümpelturnier. So geil. Es war sehr krass. Und zwar, und zwar bei Zusammenfassungen. Ich habe keinen ganzen Match geschaut. Dann schaust du zusammenfassend. Und du denkst so... Schöne Kombination. Und du denkst, der Ball verspringt ihm dreimal, und auch dann kriegt er nicht runter, sondern dann rennt er einfach dahinten rein, oder? Und du wirst so... Geil. Aber ich habe es richtig gefeiert. Ich habe... Es war sehr schräg. Jetzt eine Super League. Sion war völlig trainiert auf so krassen Fussball, wie die Spanier irgendwie da... Tiki-Taka, weiss der Teufel war, und dann schaust du nachher an das andere, und dann schaust du irgendwie da die Zuppe liegen, und dann... So geil. Ich habe es richtig geil gefunden. Ich weiß... Was ist passiert? Mir hat es ein Feelgut gegeben. Der hat es ein Feelgut gegeben, im Sinne von... Ah doch, das könnte ich vielleicht noch. Das ist jetzt näher an dem, wo ich noch könnte, als wenn du irgendwie der andere Spanier der Junge gesehen hast, und denkst... Okay! Der Zug ist für mich offensichtlich so sehr, 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 sehr lange abgefahren. Abartig. Abartig. Ja. Aber... Aber eigentlich, was ich wollte sagen, ist Sport machen. Ja. Sport machen ist für mich... essentiell. Was machst du? Völlig stupends Fitness. Ja? Also... Einfach ins Gym, und meine Maschine, und meine Übungen, und die muss ich machen. Und fertig. Ausdauer, Ausdauer und Kraft. Wenig Ausdauer. Okay. Viel zu wenig Ausdauer. Ich mache zu wenig Bewegungssachen. Ja. In dem Sinn. Ich habe jetzt wieder ein wenig angefangen zum Rudern, sondern einfach... die Handeln und... die Handeln... die Handeln... die Seilzüge... einfach so eine Routine, die ich machen muss. Mhm. Es ist wahnsinnig langweilig. Mhm. Wahnsinnig... Mühsam, aber es ist eine Routine, die du musst machen. Der Vater hat auch früher immer gesagt, schau, wenn du etwas... wenn du etwas machst, musst du es viel wiederholen. Ja. Es wiederholen. Bis du nicht mehr darüber nachdenkst. Und das ist das. Mhm. Bis du nicht mehr darüber nachdenkst. dann kannst du... während der Übung studierst du irgendetwas anderes. Ja. Und das muss ich machen für einfach... Ich bin sonst ein... unruhiger Mensch. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich muss... diese Energie muss irgendwo hin. Mhm. Und dort geht sie raus. Und... macht mich müde und kaputt. Und dann ist es gut. Ja. Und dann ist der Kopf auch wieder befreit. Bist du einer, der morgen oder zu oben? Dann, wenn ich Zeit habe. Okay. Ich bin nicht so nervig. Wirklich? Ja. Morgen ist geil, wenn es geht. Ja. Nicht zu früh. Nein. Das ist krass. Dann habe ich auch mal gedacht, ich gehe jetzt am Arbeiten. Ja. Und dann machst du ein High-Ski-Studium. Ja, nein. Nein. Das ist, glaube ich, mit Krafttraining ist das ein bisschen schwieriger. Ja. Bewegung gegengt vielleicht. Richtig. Weil ich... Dass der Pulser kommt und du so ein bisschen... Ich habe jetzt angefangen... Hast du Joggen angefangen? Ja. Ja. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das mal mache. Ja. Aber es ist wirklich einfach irgendwann... Ach, sogar im Podcast. Da habe ich zuhause auf dem Sofa, nehme ich mir einen auf, so eine Solo-Folge, oder? Und dann hat es rufen, und es kommen Weinkisten, die ich bestellt habe. Sehr passend. Ich habe gefunden, Summer of Rosé, ich habe jetzt ein bisschen Wein bestellt und so. Und dann hat er gesagt, mache ich auf, der stellt das unten an, vier Kisten an sechs Flaschen hochschleppen. Mhm. Und ich bin so am Arsch gewesen nachher. Ich habe das auch im Podcast, ich habe gemerkt, ich kriege keine Luft mehr, so. Und weißt du so, weil ich einfach gedacht habe, ich rede weiter jetzt, oder? Und dann habe ich, das ist dann der Moment gesucht, ich muss etwas machen, es geht nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich natürlich per Zufall, weil die Chinesen das gehört haben, ist dann auf TikTok irgendein Jogger gekommen, der mir die Welt erklärt hat. Mhm. Und der sagt dort, der Fährler, der alle machen ist, sie wollen natürlich viel zu viel am Anfang und dann machen sie es nicht mehr. Ja. Und dann sagt, geh einfach mal eine Viertelstunde rennen. Ja. Und dann bist du so gesehen, ah, eine Viertelstunde könnte ich auch machen. Wieso nicht? Was? Ja, ist okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich dreimal eine Viertelstunde gemacht in einer Woche, immerhin. Lange Pfeuerung. Und dann habe ich z.B. mit Charlie darüber gesprochen, ja, du wirst merken, es geht recht schnell, dass dann auch die Körper mehr will. Also weisst du, ich meine, das allererste Mal, als ich gegangen bin, habe ich in der Hälfte eine Pause gemacht, weil ich einfach so am Arsch bin. Also nur sieben und halben Minuten bin ich angehockt. Nicht angehockt, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht weiterrennen. So, oder? Und dann auf einmal merkst du, ah, ich kann weiterrennen und es wird ein bisschen länger und so. Und ich habe mir extra Zeit gelohnt, bis ich das in einem Podcast erzähle, weil ich fand, es muss sich eben auch festigen. Ja, es ist auch nichts, wo kannst du damit flexen, aber es ist ja auch nicht. Nein, natürlich kannst du nicht damit flexen, aber es ist im eigenen Universum, es ist natürlich ein wahnsinns Ding, oder? Vor allem für mich, der nie gedacht hat, dass ich das immer machen muss. Und dort habe ich gemerkt, am Morgen ist ideal. Ideal. Klar, wenn der Puls ein bisschen kommt. Ja? Ja. Am Morgen bin ich das erste, als ich gemacht habe, ist ein schnelles Spaziergang, nicht Jogger, aber ein schneller Spaziergang bei uns hinter dem Haus, den Hügel auf. Ja. Relativ steil und so, und ein bisschen mit Zug, sodass ich ein bisschen atme und ein bisschen schwitze. und das ist grossartig. Im schönen Wetter, wenn es noch nicht zu heiss ist, jetzt sowieso. Genau. Und dann fängt er an, bist du schon wieder am Hirn an, während du etwas machst, wenn es nicht zu viel ist. Und eben, die musst du aufs Überleben konzentrieren, weil die Lungenseite so alt ist, so nicht. Nicht so geil. Nein, es ist sehr schnell, ist eben das geworden. Der Vorteil ist, möglichst schnell draussen sein, und und Sonnenlicht in den Augen haben, Ja. Und andererseits eben, das ganze System ist dann einfach schon oben. Ja. Und bei Kraft weiss nicht, dann bist du in der Marsch. es ist schwierig oben. Wenn du das Gefühl hast, ja am 6 Uhr morgens hier machen, ja. Du bist schon ein bisschen rostig und dann muskulatur warm ist, und so ist es anders, wie jetzt am späteren Vormittag. Ja. Oder am frühen Nachmittag sind eigentlich die ideale Trainingszeiten eigentlich. Dann hat es wenig Leute auch im Gym. Jetzt so in dieser Feierzeit, wo alle weg sind, aber wir schon wieder zurück waren, das war grossartig. Dann kannst du irgendwann trainieren, und irgendwann arbeiten. Weil eben ist ja noch nötig, der Betrieb ist noch nicht gut gefahren, kannst du dein Zeug selber irgendwie, dann mache ich da, und dann da. Dann habe ich einmal zu so Zeiten ins Training gehen können. Das war geil. Ja. Und das muss ich wirklich einfach machen. Ich würde aber gerne auch wieder mal etwas anderes probieren, eben wieder mal Tennis spielen, oder du hast vorher Golf erwähnt. Ja. Ja. Die Schwester und ihre Familie spielen alle Golf, inklusive der Kinder. Mhm. Nimm mich wohl Wunder. Nimm mich wohl Wunder. aber dort kommt auch die völlig Illusion hin, eben auch langsam zu alt. Früher bin ich eh noch eben beweglicher gewesen, fitter gewesen, alles. und so Fussball. Ich wäre ein B-Junior gewesen. Fussball gespielt. Und dort hast du ja so die Bewegungen, den Dreh aus den Hüften. Dann hast du sofort, Golf könnte ich glaube schon auch noch. So einen Ball für einen Schwarten wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, aber... Aber so Sportler, der auch so mein... Aber wenn du schon Tennis gespielt hast... Mein Bewegungsdrang dann so ein bisschen auch entsprechen. Wenn du schon Tennis gespielt hast, dann wird Golf für dich nicht so ein schwieriger Einstieg sein. Das ist so. Weiss nicht. Vielleicht nochmal etwas anderes. Es ist... Natürlich ist es etwas anderes. Aber, ähm, einfach jetzt also die ganz simple Erfahrung, die ich einerseits gehört habe und andererseits, die ich auch schon gesehen habe, im Umfeld. Menschen, wo, entweder Tennis oder Is-OK oder irgendetwas, wo du schon mal einen Schläger in der Hand hast, haben schneller die Anpassungsfähigkeit, wo man irgendwie mit zwei, drei kleinen Sachen kann sagen, weil das, was du jetzt machst in dem Schwung, muss einfach noch, irgendwie, einfach, du musst dir auch die Schulter noch mehr runter, oder es muss das, oder was weiß ich, und sie können es schneller umsetzen. Ist Golf auch so etwas, wo du am Anfang relativ schnell auf Rollen hast und dann nicht mehr? Oder ist Golf von Anfang an schwer? Es ist von Anfang an schwer. Eigentlich ist es nicht für mich. Aber du hast sehr schnell Erfolg. Du hast Erfolgsmoment. Okay. Und das sind eben die im Golf. Ja. Das sind genau die, wo die einfach, wo die einfach heben. Also den Ball schön getroffen. Dass er geht. Wenn er das erste Mal fliegt, ist es so, oh mein Gott. Wow. Ja. Weil ich meine, ich habe zum Beispiel mega gerne Minigolf immer gespielt. Und dort hast du so, zum Beispiel in Basel. Dort ist es gut, wenn der Ball geht. Genau. Und in der Grün 80 hast du so eine Bahn, wo du wirklich noch ein bisschen übers Gras musst. Mhm. Und eigentlich ist es so gemacht, dass du so eine Schanze hast und du musst einfach möglichst fest draufhauen und dann geht der mit dieser Schanze eigentlich übers Gras. Und du hast einen Zweigschlag. Weil in die Luft kriegst du ihn nicht. Nein, nein, nein. In die Luft kriegst du ihn eh nicht. Aber dort habe ich immer schon so das Gefühl gehabt, aber es wäre geil, wenn ich den wirklich würde in die Luft kriegen. Und dann gehst du mal Golf spielen, lehrst es. Und eben, wenn der das erste Mal fliegt, das ist ein Erfolgsmoment. Wenn du einfach mal ein paar Schläge hintereinander hast, wo du denkst, ah, ich habe wieder etwas entdeckt. Also man hat sehr schnell Erfolgsmomente, wo die lange lange heben. Der Punkt ist, der wäre glaube ich zu ungeduldig. Nachher. Ich würde nur Abschläge machen. Nein. Ich glaube, ich wäre nachher zu ungeduldig. Nachher musst du den Feuer latschen und dann musst du so schauen, wie er liegt. und dann musst du den Hügel einrechnen und den Wind einrechnen. Nein, nein. Das machen nur Profis. Das ist alles egal. Und dann wäre es mir, glaube ich, wieder zu langsam. Nein. Und dann fängt mein Hirn wieder etwas anderes zu studieren. Ich habe gerne so Sportarten, wo du gar nicht erst dazu kommst. Eben Tennis oder Tischtennis oder Squash, wo du nicht dazu kommst, um irgendetwas zu überlegen, sondern wo es muss. Ja. Es kann, oder Boxen, wo es nur im Körper passieren kann. Ja. Es ist keine Zeit und Kraft, um irgendwie noch im Hirn zu anfangen, irgendetwas anderes und dich sozusagen langweilen. Aber etwas anderes studieren kannst du auch nicht. Was? Äh, auch im Golf nicht. Nicht? Nein, es ist nicht das Reaktive. Ja. Ja. Aber, es ist wahnsinnig schwierig, aus dem rauszukommen. Selbst wenn du zu diesem Ball herläufst, ist es schon, okay, warte jetzt. Welchen Schläger könnte ich nehmen? Ja, das ist zu viel. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Das ist zu viel Zeit, in der mein Körper nicht beschäftigt ist. Probier es mal. Ich fand es geil. Du würdest auch noch reinpassen. Doch! Was soll jetzt da heißen? In den Comedy-Kreis von Menschen, die... Ja, es sind langsam ein Spar. Eben. Ja, und dann muss ich noch anfangen, Rennwilo fahren. Das sind Anfangspaar. Und dann kannst du mit dem Rennwilo, mit dem... Mit dem Golf-Leg. Mit dem Golf-Bag. Mit dem Golf-Bag und die Tauchermaske. Nein, aber lustigerweise, Golf spiele ich schon länger und habe das nie... Es ist auch ein Sport. Aber es ist aufwendig, nicht? Also du musst ja irgendwo... Einen Golfplatz gibt es nicht an jedem Ecke. Nein. Oder eben joggen, dann leist du die Schuhe an den Garten. Genau. Und es ist erledigt. Aber Golf musst du ja... Also weißt du, einen Termin finden. Ja, aber jetzt zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel auf der Driving Range ein paar Bälle schlagen. Eine Driving Range, das gibt es an sehr vielen Orten. Ja, das stimmt. Und oft haben sie dann auch noch irgendein kleines Potting Green, wo der auch noch... Also ich bin... Vor zwei Wochen bin ich auf ein paar Schläge gehen üben. Und ich habe so gefunden, ich will nochmal das... Ich will nochmal das schlagen, ein bisschen üben. Ich will nochmal das probieren. So. Und dann machst du das. Und... Dann hast du aber jetzt etwas gemacht. Jetzt nicht eben... Das ist nicht das Gefühl von... Boah, habe ich mich mega körperlich betätigt. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Aufwand gesehen. Ja. Und das Schöne ist halt wirklich... Du hast ein paar Mal heute Zeit erwähnt, wo oft fehlt. Und... Auch wenn man es nicht so oft macht, die vier, fünf Stunden, wenn du jetzt wirklich ein 18-Loch gehst und spielen, ist wahnsinnig schön, wie die vier, fünf Stunden, dann einfach so eine absolute... Du hast dann nichts anderes. Ja. Die absolute Pause ist vor allem andere. Und eben, mein Hirn geht nie an irgendetwas anderes. Und mein Hirn geht sonst immer überall hin. Mhm. Und dort ist es dann wirklich einfach... Schon nur... Sehr, sehr schöne Landschaften. Weil einfach Golfplätze... Wir haben ja einfach schon... De facto... Wunderschöne Reisen. Ja, wir müssen in einem guten Zustand sein. Und das ist oft ein Ort, wo du halt ein bisschen Platz brauchst, dass du überhaupt den Golfplatz hinmachen kannst. Das heißt, du hast oft weite Sicht. Du hast oft... Schöne... Äh... Bäume... Seen... Vielleicht in der Pfanne... Kleine... Teiche... Äh... Die Wasserhindernisse sind oft auch sehr schön gemacht. Also weisst du, es ist wirklich so... Mhm. Es ist... Es ist... Es ist ein sehr schönes Erlebnis. Muss ich ehrlich sagen. So... Immer glaube einfach mal mit ein paar Abschlägen. Ja. Mit ein paar Abschlägen mal anfangen. Und eben... Vielleicht scheisse es mit denen wieder an. Und dann lasse ich es wieder. Es ist ja gleich. Und eben, wenn du Tennis gespielt hast... Ich habe den einen gesehen. Der hat Tennis gespielt. Und dann hat jemand gesagt, spielst du Tennis? Ja, also... Bei diesem Schwung... Denke mehr an einen... Denke mehr an einen Topspin. Ja. Und dann so... Okay. Und dann... Ist das Ding aber richtig geflogen. Und dann ist er gegangen. Ja, weil... Schon mit seinem Grundschwung... Hat er einfach noch... Irgendwie in seinem Kopf... Eine kleine Anpassung gemacht. Ah, okay. Das heisst... Irgendwie... Vor 8 muss ich... Noch ein bisschen mehr... So von unten hoch kommen. Oder? Das ist geil. Und das ist es. Das ist geil. Wir haben dann mal so einen... Im Sommer so einen Intensivkurs gemacht. Bei so einem... Profitrainer. Ja. Und dann haben wir da unsere Schläge gemacht. Irgendwie... Machen wir mal Vorhände. Und dann hat er es einfach angeschaut. Und analysiert. Und das... Du mal den Schläger noch ein bisschen... Ja. Ein bisschen mehr in die Rülle. Ja. Also dass er noch ein bisschen... Flächer ist. Und macht dann deine Vorhände. Und dann... Und dann... Und dann... Weisst du... Und noch Flächer übers Netz. Ja. Und einfach gegangen. Nur so ganz ein bisschen. Genau. Hey. Ja. Und das hast du im Golf konstant. Ja, aber es ist auch wiederholend. Eben, Tennis musst du... Musst du wiederholen, wiederholen, wiederholen. Bis einfach die Schläge drin sind. Ohne das musst du studieren. Ja. Da bin ich immer noch dran. Repetition. Repetition. Weil das ist gemeint... Es ist die einzige Sportart, wo nur du dich bewegst. Wie meinst du? Der Ball... Ja. Liegt. Aha. Eben, alles andere ist reaktiv. Ja. Es ist immer noch etwas einzuberechnen. Ja. Ja. Wie will ich sonst... Das Bier... Das Bier kann ich sonst nicht heben, oder? Nein wirklich. Crackpfefe kann ich auch nicht heben sonst. Okay. Was machst du sonst noch sportliches? Sportlich. Boah, letztens sind wir wieder mal Volleyball spielen. Ja. Ja. Und dann haben wir wirklich wieder mal 6 gegen 6 mit wechseln und so gespielt. Oh, das ist ja richtig richtig. Ja, und zuerst haben wir gedacht, ist das lustig? Ist das lustig? Weil beim Volleyball ist es relativ entscheidend, dass alle plus minus etwas gleiches Niveau haben. Ja. Es ist ein bisschen doof, wenn du einfach jemanden hast, der einfach einfach einen Ball höre kommt und dann wartet sie einfach immer wieder rüber. Du musst so ein gewisses System ein bisschen drinnen haben. Abnehmen auf jemanden spielen, der den Pass bringt und der bringt den Pass und dann kann man irgendwie abschliessen. Ja. So ein Dreierkontakt. Genau. Und da muss irgendwie schon drin sein und ein bisschen... Wir sind jetzt auch nicht alle überhaupt nicht gut. Es ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen, seit wir es das letzte Mal gemacht haben, aber so ein bisschen, man kann den Ball annehmen, also man kann den unten annehmen, man kann oben einen Bass spielen, man kann vielleicht ein bisschen smaschen, so, dass alle so ein gewisses Niveau haben. Und das haben wir gemacht und das ist erstaunlich gut gegangen. Mhm. Das ist ja saugeil gewesen. Da habe ich richtig Freude gehabt, dass das noch so geht. Ja. Das sind dann auch so die Momente, wo der vielleicht heute mal wieder... Nein, nein! Nein, nicht! Das ist jetzt der Moment und dann ist auch wieder gut. So auf einmal kommt die grosse Volleyballgruppe. Ja, genau. Dann gibt es WhatsApp-Chat und äh... Ja, nein Gott im Himmel. Ja, dann wird es wieder viel zu ernst und zu aufwendig und bist jetzt wohl wieder irgendwo in einem Seich drin, den du nicht wolltest. Inklusive ja, den WhatsApp-Chat, den du nicht willst. Äh, und sonst... Ja, mit den Kindern irgendwie... Federbellen. Ja. Er sucht so diese Sportarten. Federbellen. Frisbee. Boah, Frisbee ist ja so geil. Ja. Dort habe ich mal an einem Frisbee-Turnier mitgemacht. Weißt du, was richtig? Wie funktioniert das? Wie ist professionelles Frisbee? Ja, wo du musst... Wie heisst das denn? So Ziel? Nein, wo du musst hinter die Linie secklen. Also du musst hinter die Linie passen. Okay. So ein wenig wie Football. Ja. Du musst einen Pass geben und einen muss ich hinter die Linie fangen für den Punkt. Okay. Und du darfst nicht laufen mit dem Frisbee. Ja, 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 ja. So. Und du musst ihn innerhalb einer gewissen Zeit spielen. Wenn du ihn hast, darfst du irgendwie drei Schritte laufen und eigentlich nur zum ausholen und das in den Klos schicken. Jetzt ist es super streng, weil du musst super säkeln, außer du hast den Frisbee. Und den hast du schnell wieder nichts mehr, weil du den musst wegspielen. Ja. Eine rechte Laufsportart. Okay. Ich hatte es noch nie gesehen, wie das... Ultimate Frisbee heisst es. Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee. Okay. Ja. Oh, Ultimate. Ultimate. Wenn du mal irgendein Video findest von irgendeinem Park oder so. Ja, es ist nicht... Ja, ja. Es ist so... Eben, es ist ein bisschen wie Football. Ja. Oder Rugby. Du musst ein Objekt passen, das vorwärts geht. Aber du darfst nicht laufen damit. Nein, du darfst nicht laufen. Sondern du musst die... Die Leute müssen sich alle immer freiseckeln. Dass jemand den Bass spielen kann. Du hast wahrscheinlich einen interessanten Suchverlauf langsam auf YouTube. Ah, ist ganz gut. Vor allem, wenn du Matteo da siehst, dann hat... Oh Gott. Cage Fight, Cage Fight. Da siehst du. Also weisst du... Es ist wie bei allem, wenn es Leute können, sieht es geil aus. Dann siehst du... Du siehst immer den Hechtsprung am Schluss, wenn jemand den Friesby fängt. Ja, 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 ja. Das passiert ja irgendwie... Das passiert ja eigentlich nie, ja. Ach du Scheisse. Aber du musst viel... Es ist schon noch Lass zum Spielen an den Füßen. Schau. Zack. So. Jetzt geht der Pass vorne. Ah, du kannst natürlich als Gegner... Genau. Du musst wie eine Interception machen. Und dann probiere ich den Pass abzufangen und den irgendwie... Siehst du? Und jetzt musst du... Er muss empfangen, bevor er am Boden ist. Punkt. Ah, es ist wirklich wie Football. Es ist wirklich mit... Zack. Ausser mit... Du darfst den Gegner nicht runter schnetzeln. Also du darfst ihn nicht... Schade. Das war... Super Ultimate Frisbee. Ja, richtig Ultimate wäre. Wenn du nur Schleuen aufs Feld laufen würdest, finde ich. Aber das gilt für jede Sportart. Das würde jede Sportart attraktiver machen. Und alle... Alle haben eine Waffe. Ja. Aber alle eine andere. Weisst du, kannst auswählen. Genau. Wie hat das geheißen? Die... 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 Das tun wir mit Stoppen nicht umbringen. Weisst du, Taser. Taser! Boomischrot, Tränen. Der Knüppel. Der Knüppel. Vielleicht können wir mit solchen Sachen schaffen. Etwas, das weht tut. Genau. Und nervt. Weisst du, kurz vor dem... Wenn jemand Fussball und dann kurz vor dem Coolen, dann kannst du eben so Taser... Und... Aber dann musst du schauen wie der Taser ist. Weil es kann ja sein, dass er dann noch mit... 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 Mit dem Reflex schüsst er noch! Ja, dass er sich so in die Anzone hineinschüttelt. Genau. Und als Mitspieler ist dann sehr entscheidend. Du musst sehr ein guter Teamspieler sein. Du musst dich dann wieder in die Schüsse werfen. Richtig. Dass du taisern wirst und nicht den Ball trägst. Genau, wie sie es bei Trump gemacht haben. Ja. Einfach drauf. Ja. Achtung. Einfach besser. Genau. Die haben noch nichts gemacht, aber ja. Nein, hast du das Video gesehen, wo es glaube ich eine eingesehen hat. Sie ist 1,60m und steht vor ihm. Genau. Und sie ist einfach so hinten dran und dann, wo sie zum Auto geht. Ja. Ja. So wirklich so Scheisse. Das ist mein erster Tag. Ich habe gerade einen YouTube-Film gesehen. How to. Das Tutorial für Personenschutz. Oh Gott. Hey, ich bin Tim. Ich zeige dir, wie man Personenschutz betreibt. Ich mache das. Ja, ja, ja. Hör auf. Für ein Scrollen. Und dann, bis du dort bist, wo du weisst, wie ein Schraub jetzt das ein kann. Das finde ich so geil auf YouTube, wo sie sagen, weißt du so, kleine medizinische Hacks oder so. Ja. Du weisst so. Ja. In 9 Sekunden deine Nase frei machen. Oder weisst du so etwas. Nase über den Büchern. Nase über den Büchern. Nase über den Büchern. Nase über den Büchern. Nase über den Bolognese. Nase über den Büchern. Und dann ist es so. wieder läuft, weißt du? Ja. Also Bullshit, so Ölfilter wechseln und einfach so völlig belangloses Zeug. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen viel gut, wo du dann so, und dann schläfst du so ein, weil du hast ja nichts mit der Welt. Gerade wir sagen, Waltherflucht, oder? Ja, ja. Oh. Ja, völlig. Das ist wie so, wie so, keine Ahnung, Teppich, Teppichreiniger. Ja. So einen habe ich gesehen. Oder der, der geht einfahrten. Ja. Wieder freimachen vom Rasen und so. Gratis. Gratis, genau. Weil auf ein geiles Video dann hätte. Genau. Hallo, ich sehe die Wege schon fast nicht mehr. Ich würde das machen heute. Ja, der, der Tür steht, ah, ja, das ist nicht mein Weg. Die Person liegt da hinten tot. Aber ja, machen wir noch. Es sind aber so Häuser, wo du denkst. Darum haben wir das Gras so hoch. Deine ist irgendeine Crackhöhle. Und der macht draussen ein mega nettes Video. Und kommt natürlich keine Polizei vorbei, weil jetzt wieder eine super schöne Einfahrt ist. Mega schön. Ah, shit. Aber hast du da auch jetzt als, ich sage jetzt Comedy Produzent, Konsument, schaust du noch private Comedy? Äh, kommt der Fahre in welcher Art und Weise? Äh, gute Comedy äh, Serie, also weisst du, Fiction. Aha, ja. So? Äh. Nein, Stand-up. Also, so Zeug. Bühnen-Sachen. Sehr vereinzelt nur noch. Gell? So, wirklich sehr vereinzelt. Ich kann es nicht mehr. Nein, es ist, also, ähm, es ist lustig, weil ich habe früher, weisst du, irgendwie so, weisst du auch nicht, der Zuko hat es irgendwie schon sicher zehn Jahre gemacht, wo ich angefangen habe, oder? Und, und dann nachher sage ich ihm so, oh mein Gott, hast du, hast du das neue Special von dem und dem gesehen und hast du ihres Ding gesehen? Weisst du so, oder? Und er so, nein. Weisst du, wieso? Also, wirklich so in dem Stil, oder? Und ich habe das immer so faszinierend gefunden. Also, nein, jetzt kann ich nicht sein. Also, weisst du, und ich liebe Comedy immer noch wahnsinnig und ich finde live immer noch der Shit, ich finde nichts geiler, als vor allem, wenn du zum Beispiel in der Schweiz kennst, halt mittlerweile wirklich so gut wie alle, oder? Trotzdem kannst du mal an einem Open Mic irgendwie noch so, oh, ein bisschen der Moment haben, aber vor allem, wenn ich in Deutschland spiele, Quatsch Comedy Club, und dann ist es oft, weisst du, lese ich irgendwann das Line-Up und es ist ein Name, wo man so ein bisschen irgendetwas sagt, aber nicht viel mehr, oder? Und dann hat es irgendwie, sagst du, hallo, Backstage, bla, und danach hat, ich probiere immer mal alles gesehen zu haben und dann schaue ich irgendwann eine Show, einfach sicher die Hälfte, wo ich nicht dran bin, gehe ins Publikum und dann bist du so, wow. Weisst du? Dann denkst du, scheisse, ich bin nachher dran. Ah, nein, das ist mittlerweile, also vor allem, wenn ich im Quatsch bin, ist mir das wirklich wie egal, bin ich einfach so, bin ich einfach happy to be there, weisst du, ich bin so da, so eben der Ducote, der Auffüllschweizer, der Herzigschweizer, mit dem Bialektli. Und, aber, aber, effektiv auf Netflix, oder so, ich schaue noch, vereinzelte, weisst du, bei gewissenen nimmt es mich Wunder, ähm, zum Beispiel, äh, Raffaniel, ist das gesehen vom, ah, jetzt ist mir gerade seinen Namen entfallen, sonst weiss ich nie, wie das Programm heisst, jetzt weiss ich, wie das Programm heisst. Und das ist so, in so einem New Yorker Jazz Club, ähm, und dort hat mich halt, hat mich Wunder genommen, wie es, wie es, wie es gefilmt ist, und wie es gemacht ist, so, und, eben, mehr so ein bisschen professionelles schauen, ja, es gibt noch wenige, die mich so richtig hineinzieht, und ich finde, wow, das muss ich jetzt sehen. Live, finde ich, live, finde ich, geht alles. Wirklich, lache sogar beim Joel. Sogar. Da geht, da geht alles. Aber so, privat, wenn, wenn du selber Sachen produzierst, und, und in dem Sinne, ich sage, jetzt, in einem professionelleren Rahmen Sachen machst, ja, nichts Schlimmeres, als noch, also privat auch noch. Ja. Weil du, ich bin ja, ich bin mal wie Comedy-Müde, und du hast alles schon gesehen, und du hast irgendwie, wie so eine hohe, wie sagt man, so ein hohes Level, wo du findest, muss haben, weil du selber so kritisch bist, mit allem, was du machst, dass findest, wenn etwas daherkommt, findest du so, wow, wow, lass mich in Ruhe, wirklich. Vereinzelt noch, eben so, mega gute Specials, irgendwie auf Netflix, von den grossen, wo du findest, und wo du sogar dann manchmal denkst, mäh. Ja, ja. Mäh. Und sonst muss ich auch mal, wirklich, eben das Gegenteil, dann muss ich, einen, einen, der irgendwie den Rasen meint, oder. Ich hatte vielleicht, was will ich sagen, vielleicht 15 Leute, wo einfach, wenn sie etwas Neues bringen, schaue ich es einfach, sicher bedingungslos, so, oder? Kannst du nicht mehr noch, eben, okay finden, oder sehr gut, oder nicht so gut. Aber letztens ist da, der Roast gewesen. Äh, und Roast habe ich zum Beispiel geschaut. Roast habe ich geschaut, einfach, weil Roast einfach die geilste Form von Comedy finde, grundsätzlich mit meinem Comedy-Stil entspricht. Genau. Viel zu lang, aber, äh, furchtbar zu lang. Aber, aber, er hat mich sehr unterhalten. Aber er hat sehr gute Sachen. Genau. Wie kann vereinzelt, wenn es einzeln würde, nicht, grossartig sein. eben Nicky Glazer, so rausgenommen. Wow! Mega. Wow! Habe ich auch, habe ich auch mit, mit Abstand. Ja. Und dann, wirklich, aber mehr, mehr Abstand, äh, Tony Hinchcliffe. Mhm. Aber, es ist so, ja, es ist ein Zivil gewesen. Sie sind die beiden Gewinner gewesen, sozusagen. es ist ein Zivil gewesen, aber dort, ja, es hat ein paar Kommen rausgestocht. Aber sonst, ich kann nicht mehr. Es sind das, da, 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 wenn du es professionell machst, merkst du, ja, Comedy ist aufbereitet. Ja, aber es gibt, es ist aufbereitet und es ist mundgerecht abgepackt und so. Alles okay, ist unterhaltsam, im besten Fall. Ja. Aber es ist vorbereitet, es ist, es ist abgepackt, eben, es ist eine Zaubershow, wo du gehst gehen, es ist vorbereitet und so. Dann lieber, eben in einem guten Gespräch mit Leuten, die du einfach geblödelt hast und, aber, also, ich, ich muss sagen, ich schaue dann, ich schaue dann schon recht viel, ähm, kürzere Sachen. Ja, weisst du, ich finde, John Stewart und so, 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 deskpiece. Aha, ja, das so, also, Sendungen schon recht viel, aber, aber vor allem auch, weisst du, einfach so, es gibt recht gute, äh, vor allem Amis, weil die halt einfach das, sehr frei in ihre Kultur, hineinbracht haben, ähm, wo einfach, sie filmen jedes Set. Ja. Und es ist nicht Crowdwork, hey, wie heisst ich, äh, was machst du? Ja. Äh, von wo bist du, so, sondern einfach, die, ich nenne es die Jazz Sets, weisst du, einfach, sie stehen ane, und sie haben mal irgendwie so ein bisschen eine Idee, und sie gehen mal näher ane damit, und, äh, es gibt noch eine Publikumsinteraktion, und so. Irgendein Heckler, wo noch irgendwie geil ist. schaue ich wahnsinnig gerne, es gibt zum Beispiel auch eins, das heisst Stand upon the spot, äh, und in dem gibt es einen, wo so unglaublich gut ist, das ist eben so seine Disziplin, oder? Und sie stehen einfach, ahne, und das Publikum rief Themen hinein, und dann wird halt etwas, eben, auch im Moment kreiert. Ja, das ist geil. Und dann heisst, wie heisst der Tony, ah, Tony irgendetwas, der ist so geil, das ist Wahnsinn. Ja. Und das schaue ich gerne, also eben, ich bin dann halt so, eben, man geht dann wie schon einen Schritt weiter, man geht dann nochmal ein bisschen tiefer in die Materie, oder? Es ist immer so, es muss noch ein bisschen ein Twist haben, oder? Eben, Impro-Shows an sich, Stand upon the spot, genau, such mal noch nach Tony. Tony Baker vielleicht? Tony Baker. Okay. Was für eine Granate? Oh mein Gott. Ja. Und, und, ich habe dann, genau, zum Beispiel, Lebe hat es mir dann wunderbar gefunden, ich habe dann gefunden, ah, ich schaue gerne noch, sie hat so ein YouTube Special, dann schaue ich auch noch. Und, und, und es hat mir mega, es hat mir mega gefallen, ich habe es nicht ganz geschaut, aber, so die ersten 20 Minuten habe ich sicher geschaut, hat mir super Spass gemacht, weil es ist so, so richtig klassische Stand-Up gewesen, weisst? Wo zum Teil, du musst nicht zu weit suchen, sondern einfach irgendwie, ah, ich sage, so eine einfache Beobachtung, wie, was wir ja alle kennen, und er spielt so geil, wie in einem Film, der Bösewicht, wenn er die Chance hat, den Held umzubringen, immer noch viel zu lang, am Labern ist, seinen Plan nochmal erklärt, und so weiter. sein Motiv und sein Hintergrund, und dein Vater hat da, richtig, richtig, so, oder, und das ist einfach, das ist für mich so klassisch, weisst? Das ist einfach so, kleine Beobachtung, ich mache etwas draus, oder, und das ist wahrscheinlich auch so passiert, durch das On the Spot, oder? Irgendwie, weisst du auch nicht, James Bond Movies, und dann so, ah, ist dir schon mal aufgefallen, und das ist eigentlich, das finde ich das Schönste, das sind so die Essenzen, oder, wo auf die Chance kommen. Bei mir ist das so ein bisschen Bill Maher Realtime. Ja. Da konsumiere ich manchmal die ganze Sendung, oder sonst einfach sein Desk-Piece, am Schluss New Rules, aber dann auch vom New Rules, tut er nur noch das letzte Stück raus, wo er sich vertieft, und nicht hält. Genau, ja. Es gibt ja vorne noch ganz viele, so die schnellen Sachen, die grossartig sind, wo er aber noch wirklich alles einbaut, und dann ist es meistens irgendeinen gesellschaftskritischen, politischen Teil, wo er irgendjemand auseinander nimmt, und das ist grossartig. Ja. Das ist so das von den wenigen Sachen. Das ist sonst nicht. Sonst schaue ich lieber einfach da auch als Feelgood. Ja. Einfach irgendwie, ich finde auch Netflix langsam anstrengend, weil du musst irgendwie, du musst Programm direkter machen, oder so. Netflix und, Netflix und nicht chill, weil du musst, du musst jetzt erst irgendwo durchkämpfen, musst du jetzt erst einen Auswahl treffen, es muss irgendwie kuriert werden, miteinander, was, was, Weisst du, was der absolute Killer ist von Netflix? Was schauen wir? Der, der, der Jesselnik erzählt das mal, das auch mit einem von Netflix geredet hat und der Algorithmus von Netflix funktioniert so, dass das, was zu 100% mit dir übereinstimmt, also sprich, wenn jetzt, keine Ahnung, du findest, das, das, also sag mal eben, jetzt bleib, wir bekommen die, das heisst, du findest, der Comedian ist die absolute Lieblingscomedian, das heisst, wenn der ein neues Special bringt, das ist so das, was du wahrscheinlich möchtest schauen, das heisst, das heisst, das müsste auf deine Startseite kommen, jetzt macht der Netflix-Algorithmus folgendes, Sachen, die zu fest mit dir übereinstimmen, gehen sie dir nicht auf die Startseite, weil sie sagen, das wirst du dir sowieso irgendwie, und es ist nicht dumm, aber nervt mich wahnsinnig, ja, weil ich dann eben, dann bist du wieder beim Programmdirektor, das heisst, dann musst du dir ja trotzdem noch selber, und ich sage, das Ideale, wenn ich schon in dieser Welt bin, von wegen, hey, wir schlönen dir das vor, dann schlönt mir das vor, wo ich wirklich als allererstes will schauen, und nicht, das könnte, und nicht abklatschen davon, das könnte auch noch interessieren, weil es ist quasi wie das, wo du schon mal geschaut hast, aber es ist im Weltall, und spielt im, und spielt im, und spielt im, und in Frankreich, und ich weiss, ich weiss, ich weiss, und spielt zwei Jahre nach Christus, in einer Alternativwelt, und ich sage, ja, aber das hat schon nicht mehr viel mit Breaking Bad zu tun, weisst du, wie ich meine, das ist jetzt so, irgendwie, ah, ja, ich habe mal irgendwie den Fehler gemacht, oder den Fehler, ja, es ist eine französische Serie gewesen, ich glaube, irgendeine französische Serie, wo es irgendwie um Marseille geht, und irgendwie, Drogenfahndung, weiss der Teufel, da hat es mir permanent französische Serien vorgeschlagen. Aha, ja, dir gefällt die Sprache? Ja. Nein, nicht einmal so fest. Ich habe es geschaut, trotz dem Französisch, nicht weg dem Französisch. Das habe ich ja nicht verstanden. Und dann habe ich mich aufgeregt, wie noch alles voll eine französische Scheisserie gewesen ist, und ich wollte nicht nachschauen. Und eine Woche später hat die Netflix schon französisch begrüsst. Bonjour, Aaron. Das ganze Setting ist schon französisch. Ja. Es hat von einer Leitsprache gewechselt. Ja. Ich dachte, ah, jetzt ist es französisch. Ja. Aber wir haben das mal gehabt mit so skandinavischen Filmen, aber es ist auch nicht nur eine gute, sondern einfach so, hast du mal so zwei, drei Jahre zu schauen und dann bist du auf einmal in so einem skandinavischen Ding. Das ist ein scheiss Rabbit Hole, wo du nie hattest, aber du steigst gar nicht weiter runter, aber es lässt dich nicht raus. Es ist so, aber es ist dann auch so geil, dass ich so, okay, das ist, glaube ich, ein Studentenfilm. Also das ist, glaube ich, wirklich so, irgendeine Abschlussarbeit, wo sie jetzt auch auf Netflix gearbeitet haben. Netflix ist auch nicht mehr so heikel, bei denen, was sie kaufen. Also wenn jetzt jemand sagt, es ist sogar... Es ist ein bisschen wie Quatsch Comedy Club. Früher hast du das gefunden, dort sind wirklich Leute. Und dann kommt so ein Trottel wie ich. Und irgendwann ist die Tür und Tor aufgegangen und dann ist einfach, jeder, der ein Mikrofon nicht mehr fallen lassen konnte, hat einen Quatsch Comedy Club. No offense, aber es wirkt ein bisschen so und es hat viel zu viel gehabt. Und jetzt kommt es, Achtung, in meine Ruhe. Jetzt kann ich das sagen, ja, der einzige Film, den ich jemals mitgespielt habe, der ist jetzt auch auf Netflix. Also du merkst, es ist wirklich... Wenn es bei mir angekommen ist, wenn ich... Es ist aber auch ein guter Film, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ah, es ist recht okay. Du hast ja eh, du hast ja auch schon mitgespielt. Jugend-Serie. Richtig. Ich glaube, ich habe dich... Jetzt erinnern Sie mich gerade, das erste Mal, als ich mit dir in Kontakt gekommen bin, ist Nota Bene mit irgendeiner ganz komischen SRF-Serie gewesen und ich bin wahrscheinlich die einzige. Im Teen-Alter gewesen und ich habe dich dort wahrscheinlich... Bist du irgendein Dude gewesen in einer Serie? Best Friends. Und hast du dort den Joel von Mutzenbecher gespielt? Eine Version. Am Anfang bin ich noch sehr arschig gesehen und nachher ist es näher zu mir geworden. Mhm. Ja. Spielt nett. Genau. Genau. Nein, nicht nur nett, aber einfach... Ich bin zu mühsam und... Ja. Ja, ja. Nein, der Film ist recht okay. 20 Regeln für Sylvie. Kann ich ja jetzt mal Werbung machen. So heisst er. Ja. Hast du noch Beteiligung? Kommt noch Dinge rein? Im Gegenteil. Ich muss wahrscheinlich... Machst du schuldig noch und breche ich sehr noch. Ich muss es nicht jedes Mal geben, wenn es wieder gelügt wird. Ja. Wir haben eigentlich schon viel zu lange gemacht, aber wir kommen noch zu deinem letzten Feelgood. Ja, ich habe... Ich habe mehr als fünf, aber ich hätte noch einen. Ja? Ich hätte noch einen. Eben. Das ist nur ein wichtiger. Also du hättest mehr als fünf, aber fünf ist eigentlich... Ja, du hättest meine Notizen gesehen, ja, ich habe zehn Notizen gemacht. Ja. Dann kannst du die anderen fünf? Nein, das war es. Eins, was mir noch wichtig ist, wo mir Feelgood, wo Arbeit und Freizeit verflüsst ist, ist Comedy in dem Sinne produzieren, aber nur die Idee haben. Das ist das Geilste. Zeug schreiben. Ja. Das ist grossartig. Das ist für mich, das ist Gold finden. Das sage ich auch immer. Das ist genau das. du findest, das ist wie wenn du am Strand eine frische Hose anleihst und langst in den Hosen sack und hat eine Zwanzigernote. Ja. Ich sage immer, es ist das Goldnagel finden. Am Strand mit dem komischen Grat. Ja. Das habe ich noch nie gemacht, aber würde ich sehr gerne mal machen. Ja, an einem einsamen Strand, wo die nie mehr gesehen hat. Aber ja, wir müssen ja es gerne machen. Ja. Das ist genau das. Das ist da, das macht ein bisschen süchtig auch. Also das Comedy-Writing macht dort auch ein bisschen süchtig. Ja. Das Nachumsetzen ist Gott the pain in the ass. Also insbesondere, also das ist nur noch, da scheisse ich nur, ah fuck, jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir eine Location haben, zum das Trülen, jetzt müssen wir einen Cast. Ah, was brauchen wir für Props? Aber darum bin ich ja fasziniert, warum, also gut, du hast es natürlich jetzt mit Comedy-Manuel-Live-Tour, ja, aber mir hat es immer fasziniert, dass, wenn man eben genau diesen Moment so geil findet, das eben Gold finden, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, warum du denn nicht effektiv auch auf die Bühne gegangen bist, zum Stand-up machen. Ja, mittlerweile wäre es vielleicht, wäre ich vielleicht näher dran, nichtsdestotrotz ist es, ist das Gold finden der schöne Moment. Aber jetzt kommt es eben, das Gold finden ist ja in diesem Moment nur intern. Ja, aber du findest es ja lustig. Ja. Ja. Und das ist, das ist ein grosser Teil von dem Ganzen. Ja. Aber der absolute Wahnsinn ist, beim allerersten Mal, wo du dann, wo du dann, jemand anderem das Gold zeigst und die sagen, geil. Und manchmal sagen sie, pff, nein. Ja. Oder? Und, absolut. Das ist dann noch wieder der nächste Schritt, wo einfach so, wow. Aber das hast du jetzt bekommen. Ja, aber du kannst nicht aus einem Joke, wo du, wo du, wo du eine Tour machen hast. Hast du bis jetzt einmal Gold gefunden? Nein, natürlich nicht. Nein, mehrfach schon. Aber es ist, du musst dann lachen. Ja. Es ist für dich. Und in dem Moment, wo du dann, natürlich. Aber das ist ein anderer, das ist ein anderer Kick, wenn du es jemandem erzählst. Da haben wir jetzt eben mit der Live-Tour und so einen Tönenauftritt gehabt. Ja. Es ist schon geil, wenn ein Saal lacht, aber es ist die ersten vier, fünf Mal geil. Richtig. Und darum ist es ja konstant. Ja, aber nachher nicht mehr so. Aber darum ist man ja konstant neues Zeugs machen. Ja, aber nachher, ja, aber nachher, aber nachher stehst du irgendwo ins Haus, ist es so für eine Kleinbühne und es ist nicht das fünfte Mal, sondern das siebte, achte, neunte Mal und findest deinen eigenen Witz nicht mehr so geil. Ey, weisst du, was dann passiert? Dann ist es nicht mehr da, wo ich ein bisschen, dann ist es Aufwand. Dann ist es nicht mehr da. Nein, dann hast du eben zu diesem Nugget, hast du noch mal eines dazu da, was neu ist. Das ist es eben. Ja, aber das ist mit viel Aufwand verbunden. Es ist so der Schnellkick vom Feelgood, ist ja wirklich zuerst, wenn du es ausgegraben hast. So. Ja, also es ist wirklich sicher eine Typfrage. Bei mir ist es so, dass im Normalfall in irgendeiner Art und Weise so eine, ich sage immer, die Soße kocht konstant. Es ist immer so auf eins, oder? Es ist einfach so, dass der Bolognese am durchköcherlen, oder? Und durch das ist einfach so, es ist ein automatisches Ding, dass du eigentlich immer weiter schreibst, an dem, oder? Ja, ich weiss, was du meinst. Mensch, ich habe so, ich mache mir, ich fühle mich dann ein bisschen überheblich, aber ich mache mir schon seit längerer Zeit immer, schreibe ich mir selber ein Mail mit so Gedanken, wo ich etwas habe, an einer Nummer, wo ich herum studiere und die im Kopf die ganze Zeit am Weiterschreiben bin und dann schreibe ich mir wieder Notizen und man schreibt mir dann zum Teil nochmal die alten Notizen dazu, also im Kopf, dass ich weiss, aha, ja, da könnte ich dann gleich dort anhinken. Ich habe in meinem Mailordner unendlich viele Mails von mir selber, die den Betreff heisst Programm. Ja. Ah, doch. Ja. Aber wie noch, das ist mir dann, boah, da braucht dann auch wieder Zeit und es ist anstrengend, um dann hinsitzen und das in ein Stück, in ein Ganzes zu bringen und da kommt dann ganz viel mit Ablehnung und nein, das ist nicht lustig und dann muss ich wieder rauskommen und dann wird es streng. und dann ist es nicht mehr geil. Geil ist ja eben der Gedanke. Natürlich würde ich dann gerne so weitergeben, auch gerne den ganzen Abend lang, aber ah, fuck, da muss ich ja zwischen dir, ich kann ja nicht einfach den Joke und dann einen ganz anderen Joke erzählen, da sollte ich vielleicht noch etwas zwischen dir erzählen. Hä, möchte ich, möchte ich, dass die Leute für mich hinschicken, weil ich zwei Jokes habe und dann zwischen dir einfach einen Scheissdreck dreinballern, einfach, dass ich zwei Jokes erzählen kann. Dann kommen so Gedanken in mir auf. Und für das sollen sich die Leute nachabend frei nehmen. Aber es sind ja realistischerweise nicht zwei Jokes. Und spannend ist ja dann, das ist ja dann auch wieder die Challenge an dem Ganzen, wenn du jetzt sagst, ah, ich erzähle dir zwischen dir zwei Jokes noch etwas, dann findest du auf einmal dort ein Gold. Ja. Ich habe mich noch nicht dafür gehabt, um mich so auseinandersetzen. Im Rahmen von Comedy-Männern dort haben wir es wie müssen, weil es ist unser Programm gewesen, wir sind mit dem auf die Tour gegangen und dort haben wir es miteinander gemacht und dann hast du noch einmal eine andere Kraft, die wirkt, weil wir miteinander Aha, wir haben Termine, wir haben so. Ja, ja. So, und dann machen wir es und dann ist es auch okay, dann geht es und es ist gut gekommen und so. Alles gut. Aber für einen selber finde ich schon noch einmal eine andere Nummer, ganz ehrlich. Ich habe ja viel für andere geschrieben und dann finde ich so da und danke und nach mir die Simflute, viel Spass beim Vortragen und hoffentlich wirst du nicht gecancelt. Aber für dich selber finde ich, das ist krass, dann habe ich unterschätzt, so den Gedanken von boah, das ist eine andere Nummer, weil du exponierst dich noch einmal auf eine ganz andere Art und musst eben viel mehr noch arbeiten dran und ja, und man ist dann auch oft sehr streng. Ja, Bruttart. Was man sonst vielleicht auch nicht so ist, weißt du? Ja. Wo man so findet, eben, ist okay, komm, schau mal, was draus passiert, oder? Wenn man es jetzt von jemand anderem gibt, sozusagen, aber das muss man dann ein bisschen ablegen, sondern der Prozess ist, also für mich zumindest, ist es eben sehr ersichtlich, dass in dem ganzen Prozess das alles passiert nicht von alleine, aber organisch. Ja, vielleicht einfach den Gedanken. Und oft, noch schnell, das ist vor allem bei Newcomers so, wenn sie lang warten, bis sie ein Programm machen, wie sie irgendwie viele Open Mic gespielt haben, was weiß ich, es ist wie mit allem, je länger du den Hügel vor dir hast, desto mehr wird es ein Berg, und je früher du eigentlich mal einfach den Hügel schon nur draufläufst oder irgendwann sogar drüber gehst, merkst du, es ist nur ein Hügel gesehen und beim nächsten denkst du dann, okay, das ist ein anderer Hügel, da haben wir vielleicht zwei, drei Herausforderungen, die man vor Ort nicht kann, aber das zum Beispiel, das geht jetzt viel einfacher, zum Beispiel mehr Ausdauer, wenn ich jetzt nicht will draufrennen und so weiter und so fort. Ich habe einfach den Grundgedanken, das ist so ein bisschen Texterkrankheit, so, wieso sollte jemand auch noch lustig finden? Das meine ich mit der Strange, oder? Ja. Aber es ist dann eben genau das. Ich merke jetzt auch bei Comedy Männer, da hat es natürlich Leute die sagen, das ist nicht lustig. Aber dann finde ich es, ja, okay, du bist zu drittem. Ich habe es lustig gehabt. Ich habe es mit anderen Jungen lustig gehabt. Ja. Er hat es für mich gemacht. Und nicht für dich. Ja. Und dort machst du es ja nicht für miteinander. Wir haben es lustig gehabt. Und ich allein auf der Bühne, ja, ich habe es lustig gehabt für mich allein dort oben. Ist ja schon auch ein weirder Gedanke. Und dann machst du es ja für die anderen. Ey, nicht nur. Also weisst du, pfff, sonst könntest ja keine, äh, sonst könntest oft gar nicht auftreten. Also, vor allem früher hatte ich viele Auftritte, vielleicht auch angemerkt. Äh, Also erstens ist, äh, ja, es ist, ich kann gar nicht mehr sagen. Es ist einfach, äh, ich weiss nicht, ob man ein Typ ist dafür. Ich habe immer das Gefühl, wenn man es gemacht hat, weiss man es. Man kann es, ich glaube nicht. Es gibt, bis zu einem gewissen Grad gibt es wahrscheinlich einen Typ für etwas, aber machen kann man alles. Ja. Und dann weiss es. Alles. Und dann weiss Wenn man sagt beim Velofahren auch nicht, bist du der Typ zum Velofahren oder nicht, bevor du Velo gefahren bist. Genau. Das musst du herausfinden, wenn du es machst, und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Und dann merkst du erst, bist du der Typ dafür. Absolut. So. Ja. Ist alles noch ob. Ist alles vielleicht noch ob, irgendwann und sonst auch nicht. Aber das köchelt alles noch mit. Aber jetzt haben wir ja den Start der Staffel, ich weiss nicht, wann der Podcast rauskommt. Ja. Dann kommen die Männer wieder los, dann geht die Late Night wieder los und dann kommt wieder ganz viele Goldstücke suchen auf Kommando und dann wollen wir, ach das ist geil, auf das freue ich mich schon ein bisschen. Das ist aber schön. Dann rauscht es wieder, dann mit dem Fingerli wieder über die Tastatur fetzen und dann ist wieder drin. Natürlich ist es im Rahmen vom, es ist dann schaffen, aber es ist lesen, es ist schaffen. Auf das freue ich mich schon recht. Ich meine, ich habe es es ja schon ein paar Mal gesagt, du bist ja einfach eine wahnsinnige Maschine in dem. Es ist einfach wirklich, wenn deine Neuronen anfangen, anfangen zu zünden, dann ist es einfach Piu, Piu, Piu. Ja, es ist ja. Dann ist es einfach ein Schiessen nach dem anderen. Es schiesst einfach nur noch rundherum, aber dann finde ich les. Das ist vorgleich. Dort mache ich es dann eben auch nicht für da, ich suche den einen Joke, der dann langt und der dann passt für den Abit, sondern einfach genau. Weil ich es ja auch lustig finde, weil ich vielleicht da hinten einen Joke finde, den ich einfach lustig finde. den ich aber vielleicht auch nicht auf das Produkt hatte. Basti, aber ich habe ihn gefühlt angekommen und dann haben wir es vielleicht im Table Read lustig gehabt. Jetzt ist es, das ist schon mal geil gewesen. Und es wäre schade gewesen, es einfach liegen lassen, weil man hätte wollen, weil man hätte exzellent sein wollen. oder so, nein. Nein, es ist ja, der Seinfeld hat, was hat er mal gesagt, das ist eigentlich Baseball spielen, oder? Und Baseball, hast du, ich glaube, die besten, die besten Hitter aller Zeiten haben irgendeinen Prozentsatz von 33 Prozent, oder so. Das ist immer so viel. Eben, also das sind die besten ever. Ja. Die treffen, jedes dritte Mal treffen sie den Ball. Ja. Und dann ist es noch kein Home Run, sondern dann fliegt drauf mal nebenan. vielleicht fliegt er direkt einem in die Handschuhe, vielleicht rollt er ein bisschen, vielleicht geht er auch raus, du hast ihn am wenigsten getroffen, so in der Stelle. Und die Comedy ist eigentlich genau das Gleiche, es ist ein Zahlen-Ding, oder? Und das Schöne ist, man erinnert sich an die Gute, und das sind eben, darum ist es auch Gold finden. Sonst wäre es ja, wenn der immer nur einfach, ah, nochmal Gold, nochmal Gold, nochmal Gold, sondern es muss ab und zu auch. Ja, wenn du, wie sage ich jetzt, beim Writing oder im Writing oder nachher auch im Prozess vom Auswählen, es ist immer so plus minus, wenn 10% drin sind, ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Und von diesen 10%, wenn dann nochmal 10% drin sind, nachher im Produkt am Ende, ist es auch wieder gut. Es ist völlig okay, man schafft viel in den Kübel, aber es ist eben nicht, wenn man es aussieht, sondern man hat es für sich gemacht. der Feelgood-Moment ist ja dann schon ein paar Mal entstanden, bis man ihn dann endlich mal vorgetragen hat vor Kamera und Mikrofon, ist der Feelgood-Moment, ist nicht mehr so geil. In diesem Prozess bin ich mal wahnsinnig demoralisiert worden, weil mir das noch nicht so bewusst war. Wieso, was hat er gesagt? Nein, nicht du, sondern wirklich ganz am Anfang, was Jaco Boer Müller noch gegeben hat. Du hast geschrieben für sie, aber wir haben uns noch nicht gekannt und Schardin hat geschrieben für sie und er hat mir gesagt, wenn du willst, kann ich mal, weil ich gesagt habe, ich fand es irgendwie auch noch spannend, kann ich mir mal ein paar Sachen schicken und ich gebe es als mich ein, weißt, aber ich würde dir natürlich, wenn es gesendet wird, gebe ich dir schon den Stutz dafür. Sondern einfach im Namen vom Schardin. Und ich so, in meinem Kopf habe ich gedacht, ich schreibe jetzt hier die sieben Knallergags oder was es gesehen sind, zu diesen Themen, schicke ich ihm Schardin und er hat dann gesagt, ja, es ist nichts genommen worden. Und weißt du, das ist ja völlig normal, oder? Und ich so, nein. Und ich bin so zusammengekehrt, weil ich so, weißt du, gerade noch mit Photoshop habe ich noch mega lange Grafik zusammengebastelt, wie ich so gefunden habe, das ist ja, logisch und weiss, das sei dann der Mike, weißt du, und dann wirst du so, nein, nein, einfach nicht. Das ist schlimm im Moment, wenn man bei, sei es bei Comedy Männern oder bei The Late Night, wenn, wenn ich wie die andere Seite, weißt du, kenne jetzt auch, nicht nur als Writer, sondern auch als, als in dem Sinne, als Redaktion, die auswählt, als Produzenten und eventuell auch als, als der, der es vorträgt, wenn du, wenn du, Zeug kippst, und dann die gleichen Diskussionen jetzt musst du führen mit Leuten, die Zeug geschrieben haben und dann musst du sagen, ja, nein, ist eine Dublette gewesen, hat schon ein anderer gebracht, oder, oder, ja, haben wir leider nicht brauchen können und es die gleichen Diskussionen musst du führen und es tut mir so weh dann für die Leute, weil ich denke, ja, ich kenne es doch, was, scheisse, ist das mühsam, es ist ja, ist das mühsam und gleichzeitig findest du es auf der anderen Seite und musst du sagen, ja, nein, es ist wirklich ein numbers game. Es ist ein numbers game, und es gibt gewisse Leute, wo wir uns... Stuckrad Barret hat ja mal für Harald Schmidt geschrieben, also sprich, das ist ja, beim Harald Schmidt hast du ja auch können in das Büro reinlaufen und sagen, ich schreibe jetzt auch und die haben gesagt, kein Problem, weil einfach, ich glaube, was ist es gewesen, 300 Mark oder so, ja, ausgestrahlter Gag. Ja, gib, ein guter Joke ist immer Qualitätsitzender. Das heisst, wenn es noch in einem Platz hat, wo du kannst hinsitzen, schreib du Jokes, uns egal, du wirst auch gezahlt, wenn es genommen wird, oder? Und, und der Stuckrad Barret hat erzählt im Interview, wie wirklich einfach so, so im All, so zwei bis drei Wochen Takt, es sind einfach Leute gekommen und wieder gegangen. Sie sind gekommen und wieder gegangen. Weil sie sitzen an, sie schreiben Jokes und wenn nach drei Wochen kein einziger genommen worden ist, sind sie gesehen, okay, fuck that. Das ist da, wo wir ein bisschen haben, wir haben da so einen Pool, so eine Datenbank, die hat es bei Jacob und Müller schon gegeben, wo Autoren können eintragen, ihre Jokes bringen und so, da haben wir auch so ein Tool. So, dann werde ich angeschrieben, hey, hey, darf ich auch bei euch mitschreiben, et cetera. Ja. Und dann sagt man ja und darum hast du zu sagen, ja, schreib mit. Aber es muss etwas kommen. Ja. Und es muss wieder etwas kommen. Es muss wieder etwas kommen. Es muss wieder etwas kommen. Ja. Das ist, das muss man schon ein bisschen im Kopf haben, wenn man in diesem Sinne kommen möchte, in dem Sinne ein bisschen, ich sage jetzt professioneller machen, nicht einfach irgendeinen Lebenslauf schreiben, eben, hey, ich habe mal für die und die Sendung geschrieben und hast einen Joke gehabt, sondern eben, ich habe mitgeschafft. Mhm. Das ist eine gewisse Disziplin, eine gewisse Leidenschaft, auch vielleicht dafür, ein gewisses, also, ja, es ist nicht eine lukative Geschichte, in dem Sinne, weil viel in den Kübel geht und so, das muss man machen. Und ich bin jetzt auch an der Position, wo ich den Leuten sage, ja, kommen, jetzt, kommen. Ich weiss, aber, kommen, bei uns ist noch dazu, leider, dass wir zwei, Martin Reiner und ich, beide es Writer sind. Ja. Im Kern. Ja, das heisst, das muss von extern, muss dann schon einmal, da muss wahnsinnig gutes Material kommen. Es hat wahnsinnig gutes Material dabei. Es gibt Leute, die verdienen recht gutes Geld, in dem sie schreiben, aber sie schreiben regelmässig und sie schreiben gut. Und das musst du machen. Nur gut reicht nicht und unregelmässig ist auch nicht. Und das ist, das ich ja zeitlang ein bisschen ein bisschen das Problem gesehen, weiss ich noch, wo irgendwie so, was wollen wir sagen, vor vielleicht sechs Jahren oder so, hast du recht viele verschiedene Comedy-Sendungen gehabt im SRF und und alle haben die Pools gehabt und es sind eigentlich überall plus minus die gleichen Leute in den Pools und dann ist es oft so gesehen, es ist jetzt fiktiv, aber ich sage jetzt, der Aaron schreibt eine Joke und wenn er in dem Pool nicht genommen worden ist und in dem Pool nicht genommen worden ist, ist er in dem Pool genommen worden. Das heisst, du hast dann eine Zeit lang, für so zwei, drei Jahre hast du in dem SRF-Universum hast du überall die genau gleiche Noten gehabt, sage ich jetzt mal, der gleiche Humorstil. Ja, die Humorfarbe war ähnlich bis zu einem gewissen Grad. Das hat sich schon ein bisschen bessert zu finden. Finde ich auch, viele. Finde ich auch und mitunter auch wirklich und da kann ich, ich betreue bei uns den Autorenpool unter anderem auch mit Frauen, die hier gekommen sind, die mehr schreiben bei uns, also die bei uns relativ viel regelmässig schreiben und es hat einfach eine andere Humorfarbe nochmal gegeben. Ja. Wo geil ist. Ja. Aber wenn du den Joke nur den Joke siehst, sage ich dir, wirst du nicht sehen, ob es eine Frau oder ein Mann siehst. Ja, ja. Aber weil du ihn lestest und du weisst, es hat die Frau geschrieben, findest du den Joke einfach nochmal, je nachdem, nochmal geiler. Die Herleitung, ja. Weil du denkst, boah, boah, der kommt jetzt von einer ganz anderen, von einer ganz anderen Seite her, wo du unerwartet siehst. Ja. Und dann hast du verdammt Freude. Und dann ist es geil. Und dann gibt es nochmal wie eine andere Humorfarbe. Genau. Und das stimmt. Aber ja, ich bin ein von denen gewesen. Ich musste manchmal entscheiden, soll ich es bei Jacobo Müller, soll ich es bei Döwil oder bei dir platzieren. Je nachdem, weil manchmal haben sich die Themen wirklich auch einfach überschnitten. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm gewesen, weil das Publikum hat sich unter Umständen auch nicht überschnitten. Das ist auch nicht so praktisch. Nein, natürlich nicht. Nein, aber als Konsument habe ich es dann mehr so ein bisschen so, aber das ist zu Zeiten gewesen, wo wir noch Sachen geschaut haben. So, mein Lieber. Ja, muss ich meine Liste nicht ansehen? Immer meine Liste nicht ansehen, soll ich? Nein, es sind fünf gesehen. Ja, Minimum, ja. Eben, fünf. Fünf ist immer das Ziel. Ja, war ich noch. Nein, ist gut. Die anderen kannst du dann ein anderes Mal. Wir haben alles das nächste Mal mitwiederkommen. Sehr gut. Lass uns die Leute nicht noch einmal ein. Hey, ist jetzt auch schon das zweite Mal gesehen. Ich freue mich auf den Hat-Trick mit dir. Schön. Alles Liebe, viel Erfolg. Danke. Dir auch. Staatsmein ist die Hand, gell? Jawohl. Ich freue mich hier für das Publikum. Sehr schön. Danke, Christoph. Bis bald. Christoph, danke. Peace. Deus V candidatIRESISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISVISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS Vielen Dank.